nicht hier mal wieder das eine Kamerabild auf die eine und die andere auf die andere Seite, dann spare ich mich ein bisschen. So, alle Achtung, Vorsicht, es wird jetzt lauter. Der Stream wird jetzt deutlich lauter. So, also alle an den Geräten, jetzt noch mal ein bisschen Warte, Moment, ich muss das noch anpassen. So, jetzt Ah, lala, ja, muss noch ein bisschen leiser wieder. So, damit nachher auf dem Video auch ein ordentlicher Sound drauf landet. Ach, guck mal, wenn du dich jetzt da aber lauter machst, dann Ich hab nicht mich lauter gemacht, ich hab nur den Weg zum Stream lauter gemacht. Ich hab an mir gar nichts gedreht. Okay. Ich hab hier nichts gemacht. Nein, 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 nein. Wieso switcht denn mein Mac jetzt automatisch den Ich habe nichts getan. Du hast nichts getan? Nee, jetzt stimmt's auch wieder. Ich hab einen Limiter am Ende der Kette quasi gedingst. Ich war ein bisschen mehr am Mikrofon dran. wahrscheinlich. Ah, ha, 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 ha. Ja, wenn du natürlich nicht ans Mikrofon gehst, dann hast du natürlich eine lautere Stimme. So, guten Tag Strömen, wie geht's euch so? Hast du noch einen Link für den, äh, Video-Stream für mich? Ähm, ach so, willst du den auch noch haben? Ja, du bist ja mal ganz schön anspruchsvoll. Für den, für, für Twitter, weißt du? Ach so. Ähm, ja, der, äh, Link ist gerade jetzt auf Twitter rausgegangen, auf meinem Account. Ach so, das sehe ich hier leider nicht. Das war vorbereitet. Aber ich kann dir auch einfach noch einen Link geben. Moment, Kopie. Mach doch mal bitte. Und da. An unseren Back-Channel sozusagen. Den Back-Kanal. Die Backstube meinst du, oder? Die Backstube, genau. Die Backstube. Zap, zap, zap. So, kann ich hier noch ein bisschen... Mein Shift-Objektiv. Ich shifte durch die Gegend. So, dann lass mich mal schauen, ob ich jetzt hier... Checkliste. Ah, Stream, Pre-Show. Push. Boris kriegt das Ding. Der Audio-Pfad stimmt. Pre-Show. Pre-Show-Badge. Pre-Show-Badge. Da ist er. Oh, da. Der Stream-Pre-Show steht... Ich muss immer andersrum denken. Ja, du bist hier. Das überfordert mich. Oh, der Holger hat eine Pizza. Alter. Jetzt bist du aber laut hier. Ja, ich habe ja auch ins Mikro gebrüllt. Das wird... Audio-Technisch wird das eine Challenge heute. Warum denn? Ich dachte, du hast ein Limiter noch dafür. Ich kann dich leiser machen. Du musst mich nicht leiser machen, du musst mich nur limiten. Jetzt bist du leise. Ja, das ist auch eine Art Delimitierung. Ja, aber doch nicht irgendwo schon bei minus zwölf Limiten oder so. Kannst du mich oben, kurz vor der Null, kannst du mich abschneiden. Ach, ja. Mann, 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 Mann. Darf ja nicht wahr sein hier. Und ob das wahr sein darf. So, wie ist denn das jetzt hier von der Belichtung? Wahr sein. Belichtung. Sieht der Christian toll aus. Warte mal. Du bist ein bisschen dunkel, muss ich sagen. Jetzt ist es besser. Drittelblende heller ist okay, reicht. So ist gut. Ist gut. Ich habe übrigens die Hintergrundfarbe wieder ein bisschen geändert. Öfter mal was Neues. Ist okay, ich lasse das jetzt mal so. Ich habe das nicht ganz so blau gemacht. Ich mache blau. So, haben wir noch was vergessen. Der Push müsste raus sein. Jochen, kannst du das kurz bestätigen? Jetzt mal hier für die Nerds unter uns. Ich muss mal, ich will mal gerade das andere Mikrofon proben. Guck mal hier. Jetzt habe ich das andere Mikrofon. Ich gebe mir das mal auf den Lautsprecher. Das hat so was Telefonartiges so ein bisschen. Aber nicht wegen Betrate. Nee. Frequenzgang. Ja, es ist ein bisschen weiter weg, als ich den Equalizer mal eingemessen hatte. So ist es zum Beispiel ganz ohne Equalizer. Oh, das ist aber laut. Das ist ein bisschen bitter, aber mit Equalizer ist schon ganz gut. Ja, kann man mal machen. Genau. Aber das würde, glaube ich, ganz gut funktionieren so bei. So, als Workshop-Setup, das könnte ja ganz gut klappen. Ja, das könnte. Durchaus. Mal schauen, mal schauen. So, wenn ich übrigens den Stream-Switcher, für alle, die das Video gucken hier, dann ist das hier in diesem Pulldown. Da habe ich diese vier Starti, Break, Post-Show, Live und Pre-Show. Und gerade eben hatte ich das tatsächlich rechtzeitig geswitcht, aber aus irgendeinem Grund ist es nicht zum Server durchgedrungen. Und deshalb musste ich gerade nochmal refreshen und dann ging es plötzlich durch. Ja, das ist manchmal ein bisschen voggelisch. So technische Dinge muss man halt immer irgendwie Händchen halten. So ist das halt. Tja, so, kurzer Test. Ich größer, Buch ist größer, ich da, Buch ist da. Schieb, schieb, schieb. Ja, muss man. Schieb, 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 schieb. Der Zappelheimer rechts oben tut auch, ja. Hallo. Wunderbar. Ja. Und das rechts oben, Achtung, Achtung, Achtung. Klick. Sehr geil. Du hörst es nicht, aber der Stream hört es, wie es klickt. Super. So. Ja, Frank, das Mikro, was ich gerade kurz zwischengeschaltet hatte, war das Sennheiser MKI 40 EW. Am Revers. Am Revers, das hat halt eine gerichtete Charakteristik. Charakteristik? Die hat Kacke gesagt. Eine Kackdaristik. Er hat Kacke gesagt. Das Problem daran war, dass das Equalizer Setting, was ich gemacht habe, das hatte ich gemacht, als es hier oben war, also quasi direkt mittig, sehr weit oben hier am obersten Knopf. Und jetzt ist es deutlich weiter weg, hier unten an der Seite. Und das ändert die Klangfarbe natürlich sehr, sehr deutlich. Das heißt, da müsste ich jetzt ein anderes Equalizer Setting für machen. Das ist der Grund, warum die Profis halt eigene Tonleute haben, die entfernt von der Kamera sitzen, die sich dann nur um den Ton kümmern können, den ganzen Tag mit so richtig Schiebereglern und so. Ja, Studio, Fernsehstudio, Radiostudio, da gibt es hochbezahlte Leute, die in der Gewerkschaft sind und Regler schieben und Strippen ziehen und wir müssen das alles. Ich habe mich aber gerade voll reingenerdet. Also ich weiß nicht, wer von euch den Ensonic Podcast noch aktiviert hat. Du hast eine Folge Ensonic? Aber ich habe ja gesagt, der ist ja nicht eingestellt, der ruht ja nur. Du hast da jetzt eine Sendung reingemacht? Nein. Ich habe da eine neue Folge rausgemacht. Ich muss mal kurz hier. Na klar. Ensonic Podcast. Und da könnt ihr halt drei verschiedene Lavalier-Mikrofone hören, ohne Equalizer, mit Equalizer und mit Equalizer plus Noise, also die Noise. Genau. Aber da war das Mikrofon eben an einer anderen Stelle und deswegen klingt es jetzt schon wieder völlig anders. Das ist echt krass, wie unterschiedlich das bei diesen Dingern ist und bei dem sowieso, weil es gerichtet ist. Aber da ich mich da jetzt so fett reingenerdet habe, habe ich jetzt auch noch ein Lavalier gefunden, was ich unbedingt ausprobieren möchte. Das ist dann nochmal eine Preisklasse deutlich weiter oben. Und da habe ich aber echt Bock drauf. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich das herkriege, ohne irgendwie fünf Monate Lieferzeit oder so. Mal schauen. Und dann gucken wir mal. Was ich jetzt ja auch habe, ist, das ist jetzt natürlich für die Video-Zuschauer natürlich am interessantesten. Ich kann nämlich jetzt umschalten auf das mobile Mikrofon, was jetzt eben dadurch, dass es weit weg ist, nicht ganz so gut klingt. Aber ich kann jetzt einfach aufstehen und kann weggehen. Geh mal strullern. Ich will wissen, ob man das auch hört. Ja, das würde man hören. Nicht niesen. Au, das war jetzt laut. Boah, das war jetzt laut. Meinst du, ich sollte noch einen Limiter reinmachen? Das könnte ich natürlich tun. Du bist das gerade direkt voll ins Mikrofon genießt. Mitten rein. Ja, meine Güte. Bisschen Schmerz muss sein. Mach das mal weg. Das ist ja furchtbar. Forschbar. Genau. Also so schaut es jedenfalls aus. Damit kann ich mich hier frei bewegen. Das ist doch ganz nett. Vorsicht, freilaufender Boris. Genau, die Kopfhörer sind über eine Funkstrecke angebunden und das Mikrofon halt auch. Wie klingen die? Die Kopfhörer? Ja. Wie Kopfhörer halt klingen. Naja, so hast du ja jetzt In-Ears. Mono halt. Das sind, oh Gott, wie heißen sie? Das hatte mir jemand empfohlen. Also die werde ich auch nicht behalten, weil die sind relativ groß und ich habe das Problem mit Standard-In-Ears. Mit diesen Stöpseln ist nichts davon, passt richtig in meine Ohren rein und so. Das ist alles ein bisschen unangenehm. Da werde ich noch eine andere Lösung für suchen. Ich hatte vorher von Shure welche. Die taten aber wirklich weh nach kurzer Zeit schon. Und die sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, K, Z, irgendwas, bla, irgendwas Japanisches. Könnte ich raussuchen, wenn das jemand interessiert. Die sind relativ groß. Haben so, wenn man jetzt Musik abspielt oder so, einen ganz guten Klang. Also sind jetzt wahrscheinlich keine unbedingt professionellen Bühnenmonitore für Gitarristen oder was weiß ich. Aber das brauche ich auch nicht. Das sind eher so Allrounder. Allrounder. Apropos Allrounder. Sollen wir mal Allround eine Sendung machen? Ja, das könnten wir wohl tun. Ganz genau. Ah, Peter guckt uns beim Eis essen. Tja, so kann das gehen. Vielleicht noch für die Pre-Show, weil der Holger fragt. Ein 5 bis 10 Euro Lavalier weiß ich nicht. Es ist von Roda eins dabei gewesen. Bei der Funkstrecke. Das habe ich ausprobiert. Das ist auch zu hören. Und das schlägt sich verdammt gut. Also da kann man echt nicht meckern. Hat aber wie alle, die ich hier habe, auch von Sennheiser in der 120 bis irgendwie 240 Euro Klasse. Hat halt das Problem, dass es so ein bisschen, ja, ein bisschen dröhnig und nicht so ein durchgängiges Frequenzspektrum hat. Das haben sie alle. Aber tatsächlich war am Ende, am Rode, eine ganze Menge rauszuholen mit dem Equalizer. Und was ich auch vom Sound absolut empfehlen kann, wenn ihr rausgehen wollt und einfach mit der Kamera ein kleines Interview filmen oder sowas und das jetzt nicht auf ein super Hightech-Niveau machen müsst. Schaut euch mal diese Kiste hier an. Das ist ein Rode Wireless Go. Wir werden hier nicht bezahlt. Das ist ja noch Pre-Show hier auch alles. Private Meinung. Die habe ich vorhin einfach mal angeschlossen. Der Witz bei den Dingern ist, zum einen, sie sind sehr klein und zum anderen ist da ein Mikrofon schon dran. Das heißt, man klemmt sich so ein kleines quadratisches Ding. Gibt es auch in schwarz. Genau, das ist die weiße Version. Das ist eine ganz kleine Kiste. Die klemmt man sich dann einfach ans Hemd. Benutzt einfach das Mikrofon, was da schon dran ist. Und das klingt gar nicht mal schlecht. Also, das ist natürlich nicht irgendwie Studiosound oder sowas. Und man muss mit dem Equalizer auch ein bisschen aufpassen, weil auch da natürlich nicht das volle Frequenzspektrum gleichmäßig ist. Aber, ganz okay. Ich habe noch einen Lavalier-Tipp und zwar für die Menschen, die ein iPhone haben, zu den Zeiten, wo das iPhone noch einen Kopfhörerstecker hatte, beziehungsweise auch jetzt mit diesem Lightning-Adapter, einfach so ein altes Paar Earpods nehmen und den Kopfhörerteil abknipsen. Weil das kleine Ding ist tatsächlich ein einigermaßen brauchbares Lavalier-Mikro, was man sich dann irgendwie an die Klamotte kleben kann. Den Kopfhörerteil abknipsen? Naja, du hast ja einen Kopfhörer und dann hast du ja den Mikrofonteil, der auch gleichzeitig Knopf ist zum Start-Stop-Drücken. Ich rede von Earpods. Das sind die mit dem Kabel. Und wenn du oben abschneidest, dann geht das unten trotzdem noch? Ja, natürlich. Ist das nicht irgendwie... Du kannst die Kopfhörer, kannst du wegmachen und nur diesen Mikrofonteil behalten und den dann als Lavalier verwenden. Klingt erstaunlich gut, wenn man dann direkt so auf dem iPhone das dann irgendwie in die Tasche steckt und so und dann aufnimmt. Ist erstaunlich gut, ja. Nice. Und die ein oder anderen werden so ein Ding ja noch irgendwo in der Schublade liegen haben. Ja, liegt hier in der Kiste, unbenutzt. Ja. Wahrscheinlich mehrere davon. Oh, Markus, Markus, der Retter der Enterbten kam gerade reingeflogen, weil der Bot nicht tat. Der tritt den Bot von Schienenbein. Das finde ich ja nett. Also ist ja gut. Das heißt, so auf die Schnelle mal eben Markus zur Rettung rufen, finde ich klasse. Chris, wir müssen heute ja einen Gewinner ermitteln. Haben wir denn schon einen Preis für den Gewinner? Ich hätte eine Pixel Pocket Rocket für SD-Karten. Eine Pixel Pocket Rocket, dann schreibe ich die mal auf. So, ich mache jetzt mal einen Push für live. Für SD. Ja, sehr gerne. Lass uns loslegen. Und der Live-Push ist raus. Dann mache ich nochmal einen Live-Tweet. Jetzt ist der schon wieder hier auf den anderen Screen umgeschwenkt. Was erlaube? Was machst du denn? Machst du Dinge kaputt? Mein Mac switcht, ohne dass ich was tue, einfach auf einen anderen Bildschirm. So, jetzt machen wir noch ganz kurz. I don't know. Irrisch und was. Ich hoffe, das renkt sich hier irgendwie ein. Sonst könnte das eventuell ein bisschen anstrengend werden. Schauen wir mal. Wenn ich irre in die Kamera schaue, dann kriege ich das nicht in den Griff. Und hier switcht dauernd irgendwie der Monitor von links nach rechts. Also der virtuelle. Egal. Wir sind Profis. Wir kriegen das hin, meine Damen und Herren. Jetzt schon wieder. Und? Was machst du da? Ich verstehe es immer noch nicht. Es ist wichtig, dass ich es verstehe. Ich habe auf meinem Mac mehrere virtuelle Desktops, wo verschiedene Dinge drauf sind. Ja. Und der Sauhund switcht hier immer auf den, den ich gerade nicht brauche. Er switcht automatisch auf den zweiten, sag ich mal. Warum? Ist das der Ninja? Was? Nee. Der läuft im Chrombrowser. Der abrasiert gar nichts. Ja, ja, eben. Vielleicht ist es das Chromfenster, was hier mich ärgert. Ich ziehe jetzt mal beide auf denselben Bildschirm. Das wollte ich zwar eigentlich nicht, aber dann mache ich das jetzt mal. Frank, zum Wohl. Ich mache es mit Alkohol frei heute. Wir versuchen das mal. Alter. Ich hoffe, der switcht jetzt nicht nochmal. Also, die Leute warten, dass es jetzt live wird hier. Genau. Komm, lass uns loslegen. Ich drücke aufs Knöpfchen. Mach doch einfach mal. Er switcht. Ist auf dem zweiten Bildschirm irgendwas? Ist das ein virtueller Screen? Ein Space? Ja, ja, natürlich. Mach ihn weg. Lösch den Space. Ey, Alter. Lösch den zweiten Space, dann passiert da nichts mehr. Ich habe mehr als zwei Spaces hier. Dann mach alles weg von dem Space. Ich kann den nicht einfach löschen. Henning, kill. Auf, auf. Alter. Da ist nur ein Browser drauf, ey. Ja, dann macht der Browser das halt. Irgendwie. Oder hat der, hat sich Reaper gemerkt, dass er mal auf einem anderen Space gestartet war oder solche Schweine rein? Das ist nichts anfassen hier. Markus, mach's gut. Danke für den Bot-Tritt. Das will ich, das, Entschuldigung, das muss ich jetzt rausfinden. Jetzt mach ich mal das Picture in Picture aus. Also eigentlich wäre das jetzt live. Für alle, die jetzt zugeschaltet haben. Das ist mir vollkommen egal. Das ist mir so lumpi ist mir das. Ja. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, dann kann ich hier keine Kapitelmarken setzen. Dann sehe ich nicht, ob er aufnimmt. Dann kann ich nicht lesen, was wir machen. Das hat doch mit deinem Routing zu tun. Komm, das ist das Einzige, was du neu gemacht hast, ist Routing. Na, das Einzige, was sich auch ständig ändert, ist halt hier die Software von dem OBS Ninja, ne? Wenn sich das plötzlich in dem Chromfenster anders verhält. Nee, mach das nicht. Mach das nicht. Das tut das nicht. Klicke ich mal da hin. Also. Da. Die Pre-Show geht noch weiter. Wie lange ist der Moment hier, ne? Da? Vor 31, 32 Minuten. Das ist doch Reaper. Ich starte mal Reaper neu. Warte mal. Alter. So, jetzt startet Reaper auf diesem Monitor. So, da hören wir sogar was. Jetzt muss ich kurz natürlich checken, ob das Routing das weiterhin beibehält. Sprich mal kurz. Ja, ich kann auch lang sprechen. Ja, man hört alles. Ja, man hört alles. Ja. Kommt der. Ich klicke auf dieses Fenster. Ich klicke auf dieses Fenster. Ich klicke auf dieses Fenster. Ich hole das in den Vordergrund. Ich stelle mich auf Reaper mit der Maus auf den Recording-Knopf. Ich mache nichts. Und? Hat's geswitcht? Hat's geswitcht? Was? Was? Die heutige Folge wird euch präsentiert von... Jimdo und EnjoyCamera.com Wollen wir das mit dem Timing nochmal besser machen? Ja, das kriegst du hin. Die heutige Folge wird euch präsentiert von... Jimdo und EnjoyCamera.com Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast. Ich brech ja sowas von ab, ne? Technische Schwierigkeiten. Wer die Pre-Show sieht und hört, weiß... Computer. Hat mehr vom Leben. Computer. Hat nix mit Logik zu tun. Das sagen immer alle. Aber hat nix damit zu tun. Die haben Eigenleben. Ganz eigenes Leben. Ganz, ganz wenig. Und wir sind eure Moderatoren. Boris und Chris. Das ist der Computer, der guckt einen manchmal an und sagt... Also meiner ja nicht. Also zumindest... Ja, außer eben doch. Weißt du, was mich gestern völlig gedingst hat? Ich habe jetzt gerade so zwei fette Produktionstage. Gestern zwei Audio- und Videopodcasts gemacht. Heute zwei. Und gestern wollte ich eigentlich drei machen und heute nur diesen. Und gestern haben wir dann Curiously Polar aufgenommen mit Henry, wer das schon mal geguckt hat. Der sitzt in Rumänien. Und zwar in einer Dachwohnung. Und bei dem war Gewitter. Und jetzt kannst du so Dachfenster so schräg über dem Mikrofon vorstellen, auf das irgendwie gerade die Regengüsse niedergehen. Und draußen ist das Gedonner. Wir haben es dann... Wir haben es dann verschoben. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Kann passieren. Was willst du machen? Ja, ist halt so. Das ist Computer. Aber Wetter halt auch, ne? Da steckst du nicht drin. Wir haben heute wieder eine schöne Sendung zum Thema Fotografie zusammengestellt. Und zwar unter anderem mit einer neuen Kamera. Mal wieder, ne? Das ist ja gerade so die Saison. Es ist die Zeit dafür, ja. Aha. Wir haben was von Hunden und Katzen. Wir gucken mal kurz ein bisschen auf Pentax. Dann haben wir die Nerd-Ecke heute. Und das wird ein Fest für alle Bastler. Wir haben ein bisschen Gerüchteküche. Neues Kamerazubehör. Und überhaupt. Gucken wir mal, wie sie beteiligt sind. Zeug halt, wie immer. Ja. Außerdem. Moment. Müssen wir hier den richtigen Knopf drücken. Außerdem sind wir ja live auf. Heute am 28. Juli 2020. Und wer da live mitdiskutieren will. Wir haben den Happy Shooting Slack. Dort im Kanal dienstags 18 Uhr. Wenn ihr Fragen reinwerfen wollt, dann im Slack-Kanal HS Fragen. Auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Und natürlich Audio-Kommentare oder auch Video-Kommentare an info at happy-shooting.de. Das soweit erstmal okay. Und wer sich das hier angucken möchte, auch hinterher. Wir machen jetzt Livestream und Aufnahme, Aufzeichnung, Video. Könnt ihr tun auf happy-shooting.de slash Video. Ja. Das nochmal soweit. Macht doch mit. Freut uns immer, wenn ihr mitmacht. Das freut übrigens auch alle anderen, die da zuhören. Das ist nämlich das Spannende. Wenn man sich selbst quasi stellvertretend durch andere auch hört über Fragen oder so. Das ist ja so ein Community-Ding. Ja, das ist ja das, was uns dann auch besonders viel Spaß macht, wenn wir Feedback kriegen, wenn Fragen von euch reinkommen, wenn Antworten auf Fragen von anderen Hörern, Hörerinnen reinkommen. So dieses Miteinander, das ist halt das Geile dabei. Also macht ruhig mit. Ihr könnt natürlich auch so mitmachen wie zum Beispiel der Wolfgang oder der Marcel. Die haben uns nämlich finanziell unterstützt. Ganz, ganz dickes Danke an alle, die uns was Gutes tun. Der Wolfgang hat dazu geschrieben, haltet alle miteinander die Ohren steif und werdet nicht nachlässig. Nachlässig, in Klammer, die zweite Welle. Ja, nicht nachlässig werden. Heute hat das RKI, also heute, 28. Juli, das RKI wieder groß verlauten lassen, dass sie sich sehr Sorgen machen. Und weil es jetzt wohl flächendeckend so ein bisschen abgeht, nicht mehr so punktuell. Und ja, Leute, passt auf, Maske und so. Ja, tut das bitte. Tut das bitte. Aber wir gehen jetzt mal in die Fotografie rein. Und zwar gibt es eine News. Ja, Sony. Es gibt eine News von Sony. Die Sony hat, die hast du raus. Die habe ich tatsächlich verpasst. Wie konnte das denn passieren? Warte mal. Ich muss hier mal kurz auf den anderen Knopf noch drücken. Sony A7S Mark III. A7S Mark III ist jetzt raus. Das ist, ähm, ja, das, das neue Ding von Sony. Ähm, diese Kamera ist. Die S ist doch die lichtstarke, richtig? Ähm, darfst du mich nicht fragen. Also ich bin jetzt nicht der Sony-Spezialist, aber ich habe mal so ein bisschen geguckt, warum die jetzt so speziell ist und was die kann. Und, ähm, das eine Ding, was da wichtig ist, also die Kamera ist sehr videofokussiert. Das, ähm, ist gerade so. Die Kameras brauchen Video. Hat nach wie vor ihren, äh, 12 Megapixel Sensor. Aber, ähm, wie es bei Sony so üblich ist, also ein BSI-Sensor, ähm, der, ich vermute mal, ich gehe mal davon aus, es ist ja Sony, dass da schon relativ viel Licht auch durchgeht oder drauf passt. Das ist die lichtstarke ISO bis 400.000. Ja, was sie tatsächlich, ähm, tut, ist, äh, 4K-Video mit 120 Frames pro Sekunde und das ist eine Leistung und zwar bei 10-Bit 422. Wow. Und das ist ein Wow. Das, äh, ist, glaube ich, ähm, ja. Das ist eine echt fette Zeitlupe in einer verdammt guten Bildqualität. Korrekt. Was sie dann außerdem über HDMI noch raushaut, ist 4K 60 in 16-Bit ProRes RAW. Auch das ist nicht übel, weil du, ähm, ja, weil du es dann eben direkt in den entsprechenden Umgebungen direkt editieren kannst. Also wenn du jetzt mit Final Cut unterwegs bist, dann schluckt er das einfach so direkt. Naja, und 16-Bit RAW, ich meine, ihr wisst alle, wenn ihr Fotos schon mal bearbeitet habt, ein JPEG bearbeiten, das kann man schon machen. Da kann man noch eine Menge rausholen, so mit Farben und so weiter. Aber wenn man zu viel an dem Farbequalizer dreht, am Tone-Mapping dreht, dann hat man eben Abrisse in den, in den feinen Übergängen. Das sieht dann schnell irgendwie fleckig aus und abgestuft. Ja, und RAW ist eben einfach geiler. Und RAW als Video ist natürlich, boah, das war also bis vor kurzem, war das so privat gar nicht möglich, oder? Ja, richtig. Und, und RAW, ich meine, wir reden natürlich davon an entsprechenden Datenmengen und so weiter, aber RAW ist halt doch nochmal was anderes als Log. Ne, wenn du so diese Log-Formate anschaust, was ja im Prinzip komprimiertes Video ist, aber mit ganz wenig Kontrast, wenn man es mal ganz einfach sagen möchte, dann hast du halt bei RAW tatsächlich noch andere Möglichkeiten. Also geht einfach mehr. Was hat sie noch? Hybride Card-Slots. Hybrid? Ja, also du hast zwei Card-Slots und die können beide, UHS-2 SD, also das sind diese SDs mit diesen doppelten Reihen von Pins. Und, und CF-Express Typ A. Moment, da passen beide Karten in jeden Slot? Ja. Das heißt, die haben einen großen Slot mit irgendwie einem kleinen Fach oder sowas. Ich vermute mal, ich habe jetzt nur irgendwie so ein Bild von der Seite gesehen. Wie geil ist denn die Idee? Ja, und die, 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 ähm, Compact-Flash-Express, also die CF-Express Typ A, die ist spezifiziert bis 1000 Megabyte pro Sekunde, glaube ich. Also, äh, da geht schon was. Ja. Ja, cool. Ähm, lass mal weiter gucken. Neues Autofokus oder ein redesigned Autofokus mit 759 Punkten Face Detection, 92% Display Coverage oder Sensor Coverage, immerhin. Was, nur 92%? Lame. Lame, kann man. Ähm, 10 Frames pro Sekunde Bilder, Continuous. Ähm, sie ist ein bisschen dicker. Sie ist ein bisschen dicker. Das hat mit Hitzeableitung zu tun und mit dem IBIS drin, also mit der, mit dem Wackelsensor. Neues OLED. Wobei der Wackelsensor ja nicht ein neues, den hatten sie ja vorher schon. Ja, aber irgendwo haben sie da wohl auch noch ein bisschen geschraubt. 9,44 Millionen Dot OLED und, äh, einen Full-Size-HDMI-Port. Du hast, wer, erinnerst du dich an diesen Mini-Micro-HDMI? Oh, gut. Ja. Und dann, und dann schreibt, äh, Peter Pixel noch. Vielleicht sogar noch ein, ein verschraubbarer Port? Wissen wir nicht, ne? Wissen wir nicht, ne? Ähm, und dann schreibt Peter Pixel noch. Sony couldn't resist taking a shot at Canon by pointing out that the camera's body, body's new heat dissipating mechanism and dual slot relay recording enables one, over one hour long 4K 60P 10-bit 422 movie shooting. Also, auf gut Deutsch, auf gut Deutsch, das Ding überhitzt nicht. Ja, über eine Stunde 4K 60 Bilder pro Sekunde mit 10-bit 422, ohne zu überhitzen, wegen halt Hitze-Abführungsmechanismus und, ja. Dual slot recording, also kannst du wahrscheinlich durchgehend auf beide Karten, ne, wenn die eine voll ist, machst du auf der zweiten weiter. Genau, dual slot relay, also einer wird voll gemacht und dann switchst du auf den anderen rüber. Aber, ähm, außerdem haben sie der Kamera endlich, da werden jetzt auch viele, viele Sony-Nutzer sich freuen, ein neues Menü-System, ähm, spendiert. Das ist ja ein großer Kritikpunkt, dass das so unübersichtlich ist. Ja, aber das Menü-System wird viel gemeckert bei Sony. Ich hab jetzt noch nicht lang genug wirklich mit einer Sony gearbeitet. Klar, auf dem Workshop schon mal die ein oder andere in der Hand gehalten, A7er, A9er, aber ja nicht wirklich bedient oder konfiguriert. Die waren ja dann schon eingestellt, ich kann da nichts dazu sagen. Ja. Ich lese das halt immer wieder. Auf der anderen Seite ist aber auch eine Olympus schon ganz schön voll von ihrem Menü. Und es ist ja, meine ich, bei der Sony auch so, dass man sich die wichtigsten Menüpunkte in so ein eigenes Menü schieben kann, wenn man das möchte. Äh, ich nehme an, dass, äh, ich glaube das schon gelesen zu haben, dass Sony das auch macht. Ähm, ich weiß es nicht. Wenn du jetzt das Menü änderst, dann kann es natürlich sein, dass es für Neueinsteiger in das Menü-System besser oder strukturierter ist. Das kann ja sein. Aber für die, die schon eine haben und die jetzt als zweite Kamera mit ans Set nehmen, die werden sich wahrscheinlich die Haare raufen, wenn sich das Ding plötzlich anders bedient, ne? Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also, ich frage jetzt einfach mal an die, an die anwesenden Fotografinnen und Fotografen auf dienstags 18 Uhr auf unserem Slack-Kanal, wo das hier live begleitet wird. Sind Sony-Menschen anwesend und könnt ihr bestätigen, dass das Menü, äh, wirklich nicht so toll ist? Ich hab mich da noch nicht intensiv mit beschäftigt, aber wenn da die Usability steigt, dann ist es ja gut. Und wenn man auf die Schnelle mal was finden möchte, weißt du, du kannst ja halt doch nicht alle Funktionen, die du irgendwie ständig brauchen könntest, in so ein Privatmenü tun, weil dann kannst du es ja gleich irgendwie. Ja, das stimmt. Dann legst du dir ja nicht selber was an. Ach ja, genau, es fehlt halt. Es fehlt halt. Es ist ja Touch im Menü, das ist auch was Neues. Du kannst jetzt auf den Touchscreen. Das ist auch neu. Das haben viele tatsächlich nicht. Ich glaub Canon auch nicht. Ich glaub, die war bei der Neuen weiß ich es nicht. Doch, 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 doch. Die Neue kann sein, dass sie sich auf dem Touchmenü bedienen. Weil viele haben halt Touchscreen für Fokuspoint setzen, aber nicht fürs durchs Menü steuern. Und was den Kameras wahrscheinlich allen fehlt, so umfangreich wie die Menüs halt werden, äh, tatsächlich eine Suchfunktion oder Sprachsteuerung oder so, weißt du? Naja, Sony, Sony kommt, eigentlich, eigentlich ist das gar nicht, wäre das nicht unlogisch, weil Sony kommt ja, ich sag mal mal so aus der Computerecke. Sie haben ja dann Minolta gekauft und dann, äh, war aber eigentlich der Zugang zur Fotografie eben nicht diese alten Traditionsfirmen, sondern die haben das Ganze immer aufgemischt und das war ja so ein bisschen der Erfolg auch von Sony. Das heißt, eigentlich müssten die schon irgendwie mehr, ja, Kamera, Schießbild jetzt! Oder so. Ja, also ich stelle mir so vor, du hast so die Kamera irgendwie in der Hand, äh, bist irgendwie verzweifelt hier, findest die Menüpunkte nicht und dann sagst du, Mann, Bildrate! Und dann macht das pop, 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 und dann hast du hier alles, was mit Bildrate zu tun hat, auf dem Bildschirm und dann sagst du, ah, Videobildrate, klick, eingestellt, fertig. Und im Vorbeigehen kannst du dann bei anderen Menschen mal eben schnell die Kamera besprechen. Super Idee! Das kann ja ein Voice-Finger-Abdruck sein. Ja, okay. Gut. Das muss man nicht so anstellen. Nun ja, die, äh, Sony A7S III kommt auf jeden Fall, äh, im September raus, also da soll sie shippen und für dreieinhalbtausend Dollar zu haben sein. Okay. Ja, sie werden alle nicht günstiger, diese Kameras. Nee, werden sie nicht. Ja, das ist halt, äh. Und wir reden hier von zwölf Megapixeln. Ja, aber darum geht's ja nicht. Bei der S6 haben sie alle gemeckert, dass das nur 20 sind. Ja, aber das ist ja nicht der Punkt. Und das ist ein Low-Light-Videospezialist jetzt. Genau. Also das muss man ja, also man kann Sony mögen, muss es aber nicht, aber man muss Sony halt echt, äh, zugutehalten, dass sie mit der A7 da einfach wirklich verschiedene Linien fahren und Spezialisten machen. Ja. Und das schon sehr, sehr früh einfach mal sich getraut haben, das zu tun. Und das finde ich tatsächlich richtig gut. Das ist ein schönes Ding. Ja, ähm, pass mal auf, ich schieb ja noch was in die Shownotes. Also lassen wir das Thema mal ruhen. Vielleicht sind ja die einen oder anderen unter euch da ein bisschen tiefer drin und können uns vielleicht noch ein bisschen was dazu schicken. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Genau, 8K-Video kann sie nicht. Nee, 8K, da ist der Sensor nicht groß genug. Ja, dafür bräuchte sie halt mehr Wechsel. Genau. Aber mit 12 kriegst du eben noch die 4K hin und das, ähm, wie bei Sony wahrscheinlich in sehr ordentlicher Qualität. Wäre zumindest anzunehmen. Würde ich jetzt mal von ausgehen, ja. Ähm, ja, ich habe gerade einen Link in die Shownotes geworfen und, äh, das möchte ich kurz, ähm, einen Videotipp möchte ich kurz raushauen. Und zwar geht es mal wieder um die neuesten Forschungen aus der Computational-Ecke. Und zwar, ähm, naja, alter Hut. Wir erinnern uns an StyleGen, die da, ähm, Bildgesichte erzeugt haben, ne. ThisPersonDoesNotExist.com, das, äh, war quasi ein Generator für künstliche Menschen. Und das eben basierend auf, äh, Machine Learning. Aber das ist ein alter Hut, äh, weil, ähm, was sie jetzt machen mit dem StyleGen2 heißt es, glaube ich, ist, dass sie, äh, Gesichter morphen können. Ja, du hast, ähm, also wenn man das Video anschaut, dann sieht man es relativ deutlich. Ich passe mal auf, ich packe das hier mal ganz kurz auf den, ne, das muss jetzt hier rein. Ah, das ist jetzt, bitte um Verzeihung, die Technik, ein Error occurred, jetzt will er das auch nicht abspielen. Und, äh, Chris ist am Zug und, äh, sucht sich quasi das Fenster. Nee, da läuft noch die Werbung. Ich warte noch, bis die Werbung weg ist. Er hat die Werbung. Er hat die Werbung. Jetzt schiebt er es rüber. Und ja, das Video läuft, meine Damen und Herren. Also, was zeigt uns das Ding, ähm, dass, äh, eben mittlerweile zum einen du diese Gesichter jetzt auch tatsächlich mit Parametern einstellen kannst. Also, wie lang die Zöpfe sind, ob wie viel Bart, ob die Person lacht oder wie viel Prozent männlich, weiblich und so weiter. Also, du kannst jetzt quasi nicht nur einfach sagen, mach mal, sondern, äh, mach mal und zwar so und so. Also, du hast jetzt auf dieses System deutlichen Einfluss. Und das ist das eine, was interessant ist. Ähm, was aber auch interessant ist, ist eben dieser Morpherei. Also, das sind Input- und Output-Gesichter. Und, äh, aus den verschiedenen Input-Gesichtern werden dann, äh, wird dann die Output-Person, aber eben mit den Features der Input-Person. Und zwar, ähm, mit allem, ne? Also, von, von Gesichtsausdruck über, äh, Gesichtsform über, ähm, ja, was auch immer. Und wenn das nicht genug wäre, morfen die da jetzt auch zum Beispiel, ähm, Hunde nach Katzen. Oder. Hunde nach Katzen. Oder. Und Katzen nach Hunde. Katzen nach Hunden oder. Tiger nach Katzen. Ähm, Hunde rassen untereinander, ne? Also, du kannst dann aus dem Bernhardiner auch einen Dackel machen. Also, das, das Interessante ist, dass du, ähm, Vorgabe-Zielbilder hast, die, ähm, aus verschiedenen Blickrichtungen oder in verschiedene Richtungen gucken. Korrekt. Gesichter, die in verschiedene Richtungen schauen. Korrekt. Dann gibst du ein Quellbild rein und dann werden alle Zielbilder, egal in welche Richtung die schauen, aus welcher Perspektive die aufgenommen sind, so angepasst, dass sie aussehen wie das Quellbild. Das ist heißer Scheiß. Das ist echt heißer Scheiß. Und da kannst du natürlich, das kannst du natürlich jetzt extrapolieren, ne? Das könnte jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht Menschen in Autos oder so, könnte ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie damit geht. Unglaublich. Also, die Ergebnisse sind halt tatsächlich auch einigermaßen überzeugend, ne? Das, also, es ist völlig, völlig abgefahren, was da geht und, ähm, wie gut das mittlerweile ist. Ja! Sehr spannend. Und es ist noch nicht so lange her, dass dieses Style-Gen das erste Mal irgendwie einfach nur ein paar Menschen gemacht hat, ne? Und jetzt hast du schon so Zeug. Also, es ist eigentlich, ähm, eigentlich sind wir jetzt schon bald an dem Punkt, wo du die Schauspieler nicht mehr brauchst. Oder, ne? Ah, das haben sie aber auch schon seit vielen Jahren erzählt. Ah, es gab, es gab, kürzlich gab es einen, ähm, so ein Ding, also das war jetzt gerade ein Video von Two Minute Papers, äh, den Kanal, ähm, die bringen immer wieder so klasse Geschichten. Und der hat kürzlich ein Ding ausgegraben, oder war er es, oder hat es noch jemand gemacht? Also, Thema Face-Swap-Technologie. Und zwar, äh, aus dem, aus den Forschungslaboren von Disney. Und, äh, die haben mittlerweile Live-Video, also nicht Live, aber Video-Face-Swap und, ne? Diese, diese Deep-Fake-Geschichten, wo du immer noch so das Gefühl bisher hattest, na, das sieht so ganz leicht fake aus. Das ist nicht 100 Prozent echt. Ja. Und die haben das einfach jetzt nochmal irgendwie gerade gezogen. Und, ähm, das ist jetzt an dem Punkt, wo, wo es echt erschreckend gut ist. Erschreckend gut. Okay. Okay. Also, die Fotografie, wir brauchen bald nicht mehr fotografieren. Wir brauchen keine Kameras mehr. Wir werfen was rein und sagen, ja, mach mal das, mach das mal dahin in die Pose, ne? Hast du eine Posen-Library und dann hast du irgendwie ein Gesicht von der Quellperson und dann sagst du hier, hier ist dein Ziel. Hätt das nicht langweilig? Das ist halt langweilig. Ja. Was ist das? Kann ja jeder Happy-Shooting-Video-Podcast machen. Äh, ja. Quellgesicht, der gibt's ja hier von uns beiden. Dann kann ja jeder machen. Ja, mach doch mal Happy-Shooting-Video. Und bestimmen, morfen auch noch und so. Und, und war's Adobe nicht, die auch, äh, Stimm-Imitationen machen? Einfach Text reinwerfen und dann klingt die Stimme so wie das Original? Ja, das gibt's doch alles schon. Ja, das geht schon bald. Ich weiß nicht, ob man das schon kriegt und kaufen kann oder ob das nur so ein Forschungsding war, aber dann ist nicht mehr so weit weg. Und Google wiederum schlägt ja schon vor, was du schreiben willst in einer E-Mail, wenn du anfängst zu tippen. Das heißt, demnächst wird Google den Text für Happy-Shooting schreiben und irgendein Algorithmus wird die Sendung produzieren. Da müssen wir gar nichts mehr machen. Mehr Zeit zum Fotografieren, wie cool. Da stecken wir vorne einfach irgendwie drei, vier Fotoblogs rein und dann kommt hin eine Sendung raus. Sehr schön. Äh, ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Und es wäre auch so langweilig, echt. Ich will das hier bitte noch selber machen. Äh, ja. Ähm, gut. Apropos selber machen. Pentax macht was selber. Pentax macht was. Ja, die haben sich wohl genötigt gefühlt, auch eine neue Kamera vorzustellen. Nachdem jetzt Canon und Sony und so weiter aus der Hose gesprungen sind mit ihren Kameras. Ja, was heißt das? Und da kam etwas, ja, ist es überraschend oder nicht? Erzähl mal, du hast dir das angeguckt, das Video, ne? Ja, ich hab's mir angeguckt. Es gibt eine offizielle Website, die so ein paar Links hat zu den Videogeschichten. Ihr könnt ja mal eins laufen lassen. Und so ohne Ton nebenher. Ja, was war's? Also, ich hab mir das mal angeguckt, ähm, Pentax released ein neues Flagship-Modell. Und zwar ein APS-C-Flagship-Modell. Das Video, ähm, das packen wir übrigens auch in die Shownotes, das ist ein zweiteiliges Video. Ähm, es ist einfach unter anderem einfach nur deshalb auch schon total lohnend, das sich anzuschauen, weil die sind so unglaublich japanisch da drin mit allen ihren Mannerisms und Verbeugungen und was da alles. Das ist unglaublich toll, ähm, anzugucken. Ich finde das, ich finde das so dermaßen schön und spannend, äh, sich das anzugucken. Das ist ja, das ist eine Kulturstudie für mich. Äh, also zum, zum einen, es sind ja auch Japaner, dann dürfen sie auch japanisch sein. Natürlich, die würden über uns wahrscheinlich genauso, äh, nach so recheln. Absolut, absolut. Aber es ist tatsächlich, ähm, auch das Setup in diesem, in dem Büro mit, mit der Bibliothek dahinter, das ist, äh, das hat schon eine gewisse Ästhetik, dieses Video. Ähm, ja, was, was haben wir? Also es ist, es ist ein Pentax-Video, es ist so eine Art Keynote mit, mit einem Fotografen, der dann, äh, quasi den, den Fragesteller macht. Und auf der, auf der anderen Seite ist dann einmal der Präsident von Rico Imaging, ne, der so über die Geschichte von Pentax erzählt und eben auch so ein bisschen über die Zukunft von Pentax, also Geschichte, das geht ja lange zurück, ähm, Pentax ist ja im Profibereich sehr lange auch tatsächlich so die, die Hausmarke gewesen. Wir reden hier unter anderem von der Pentax 6x7, also hier so, äh, Osmoni zum Beispiel hat unser Biest, ähm, Pentax hat seinen Namen vom Pentaprism bekommen, also vom Pentaprisma oben auf der Kamera, da haben die den Namen sich geholt, dann geht's noch ein bisschen, reden sie über den Pentamirror, ne, was man heute in den billigeren Kameras sieht und warum dieses Prisma so wichtig und toll ist, ähm, weil es halt sehr hell ist, ja. Weil es sehr hell ist und weil es sehr, sehr klar und, äh, gut ist, vor allem, wenn man's gut macht und Pentax ist halt, ja, so sehr, ähm, sehr darauf erpicht, das nach vorne zu stellen, weil sie sagen, unsere Vision ist Spiegelreflex. Nicht Mirrorless. Ja. Also ganz einfach und, und das ist schon, ähm, von, bei Ihnen, also das, ich, also sie haben keine Pläne für Fullframe Mirrorless, das haben sie zumindest so gesagt, ähm, stattdessen wollen sie sich eben auf andere Dinge konzentrieren, nämlich den besten Optical Viewfinder zu machen, den es gibt. Ähm, und das, und das, das verbinden sie jetzt nicht nur mit diesen technisch messbaren Dingen, so von wegen, hier ist die, ähm, 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 was weiß ich, die Latenz und, und so Zeug, sondern, ähm, also es, 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 es geht schon so ein bisschen in die halb esoterische Ecke manchmal, so dieses Window, this is a window in communication with the subject und, äh, natürlich kann man die Magnification und die Brightness messen, aber this is concerned with elements that cannot be measured und da geht's eben, äh, um Dinge, die, ähm, ja, die, die, ich persönlich, also ich mag kein Geschwurbel, überhaupt nicht, das heißt, das war, das fand ich schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, andererseits bin ich ja trotzdem immer noch ein Fan vom Optical Viewfinder, also ich persönlich bin ja, ähm, und ich kann's auch nicht unbedingt ganz benennen, außer, dass es halt ne, 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 mehr direkt, ne Direktheit hat, die, die Electronic Viewfinder nicht haben und ich kann das auch nicht unbedingt an Dingen festmachen, also das hat zum einen zu mir gesprochen, zum anderen aber auch nicht und das war so eine ganz, äh, interessante Mischung. Ich finde das auch vollkommen okay, also, ähm, die, ähm, elektronischen Sucher sind halt wesentlich besser geworden in letzter Zeit und werden auch immer noch besser, also sprich, sie werden schneller, verzögerungsfreier, sie werden klarer, Kontrastumfänge werden besser, dass, also irgendwelche Spitzen nicht so ausbrennen, das sind alles Vorteile von dem optischen Sucher, dass du eben das, was du mit dem Auge siehst, eben im Sucher siehst, das ist halt schon so und der Vorteil vom elektronischen Sucher ist halt, dass du das im Sucher siehst, was du hinterher in deinem Bild hast, also so hat eben beides seine Vorzüge und auch Nachteile, mit dem elektronischen Sucher kannst du halt auch wirklich in der Dämmerung noch gut sehen, was du da komponierst und fotografierst, wenn du mit längeren Belichtungszeiten dann arbeiten willst, im optischen Sucher ist dann irgendwann auch mal Schluss, also so hat eben alles so seine Vor- und Nachteile, das ist auch alles in Ordnung und ich hätte es jetzt auch toll gefunden, wenn Pentax gesagt hätte, wir wissen, dass es da draußen elektronische Sucher gibt, aber bevor wir nicht den besten elektronischen Sucher machen, machen wir lieber den besten optischen Sucher, das ist ein Argument, das ich verstehen kann, wenn man da eine Expertise hat und wenn da die ganze Firma schon vom Namen her dran hängt, das kann man auch einfach so sagen und kann sagen, wir wissen, dass es da viele Fans draußen gibt, wir haben mit unseren Fotografen gesprochen, Pentax ist sowieso sehr nischig mit ihren Kameras und auch sehr nerdig, das muss man ja auch wirklich sagen und das ist ein Argument, das kann man auch vermitteln, da muss man nicht schwurbeln, finde ich. Mit dem Schwurbeln kommt das bei mir eher so an wie, oh fuck, jetzt kommen selbst die Großen hier mit sehr, sehr guten elektronischen Suchern raus, die Kunden feiern das irgendwie alles ab, wir müssen jetzt irgendwas machen, wir haben das nicht, wir haben jetzt aber hier gerade einen neuen Sucher in der Entwicklung, ein neues Prisma in der Entwicklung, was weiß ich, lass uns das mal irgendwie, wen laden wir denn mal ein? Schwitz, schwitz. Also so kommt das bei mir an. Das mag nicht so gemeint sein, aber so wirkt es auf mich. Naja, ich meine, eins wird sicher sein im Moment, um gegen die spiegellose Fraktion anzukommen, dann müssten sie unglaublich viel in die Entwicklung stecken. Wenn sie das noch nicht getan haben, haben die viel aufzuholen. Genau. Aber egal, wie gesagt, ich bin Fan von Optical Viewfindern und wenn man da ein schönes Overlay drüber macht, kriegt man ja auch ganz viele Informationen. Dann ging es so ein bisschen über den Mount. Was haben wir da? Wir haben bei Pentax den K1 Mount, beziehungsweise die K1 hat den K-Mount. K-Mount, mhm. Der wurde dann über die Jahre ein bisschen erweitert, den K-A-Mount und KF-Mount und KF-Mount und KF-Mount und KF-2 und KF-3. Letztendlich hast du, glaube ich, beim Pentax einen der langlebigsten Mounts überhaupt mit dem K-Mount. Du kannst im Prinzip heute an der K1 jedes Objektiv von Pentax fast jedes Objektiv reinschrauben. Aus Filmzeiten, da reden wir von 200 unterschiedlichen Objektiven, die du ohne Adapter verwenden kannst. Ist das bei Nikon nicht auch noch so? Ja, also. Jetzt bei den ganz neuen nicht, ne? Z-Mount nicht mehr. Natürlich. Du hattest relativ lange bei Nikon auch das Ding, die haben beide ein kleines Problem und da reden wir von bestimmten Objektiven, die von der Kamera aus zum Beispiel per Motor den Autofokus angetrieben bekommen und das haben neuere Kameras nicht mehr, diesen Motor. Und die sind dann halt manuell Fokus. Aber so Geschichten wie, du nimmst das so eine Crop-Objektiv und packst das dran und dann geht die Kamera halt in den Crop-Modus. Und das funktioniert halt irgendwie einfach. Das fand ich schon relativ beeindruckend. Dann haben sie natürlich ihre, also zwei neuere Features rausgestrichen, die, oder rausgestellt, die sie selbst erfunden haben. Das einmal ist das Thema Pixel-Shift-Resolution, also dieses Sensorbewegen mit mehreren Fotos und das dann zusammenrechnen. Das hat Pentax wohl erfunden. Genauso den Astro-Tracer, den haben wir ja mal getestet auf der Insel. Der war geil, das muss man wirklich sagen. Der dann über GPS quasi weiß, wo die Kamera ist und dann die Bewegung. Kompass und GPS. Die Bewegung der Erde bei Astro-Bildern kompensiert bis zu, ich glaube, zwei Minuten oder so. Fünf Minuten. Oder fünf Minuten, also du kannst dann wirklich lange belichten, ohne dass du Sternenstreifen bekommst und so weiter. Ja, also das Thema Firmenkultur wird da viel rausgestellt. Thema, dass es sehr Engineering getrieben ist, alles. Das merkt man der Kamera an. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat dran, ist, dass sie immer wieder auf den Prozess abgegangen sind. Also es geht halt und das ist, das deckt sich sehr mit. Den Fotoprozess oder den Herstellungsprozess? Ne, den Prozess des Fotografierens. Es geht nicht nur ums Ergebnis, sondern es geht halt auch um den Prozess. Wie kommst du zu diesem Ergebnis hin? Und das muss halt Spaß machen, weil wenn das, also das ist für, den Menschen hinter der Kamera ist das auch nicht ganz unwichtig, zumindest für mich nicht. Und da haben sie halt doch immer wieder drauf abgehoben, dass sie da sehr, sehr drauf achten. Dann haben sie noch ein bisschen über das Thema Kosten geredet. Pentax hat nun mal das Image, etwas teurer zu sein. Und sie sagen, naja, unsere Kameras, also es gibt halt so Faktoren wie kompakt und leicht und wasserdicht oder zumindest Spritzwasser geschützt und staubdicht. Das sind alles Kostenfaktoren. Und also ganz kurz dazu. Also Pentax, ich hatte die die K1 hatte ich ja zum Testen da. Die hatten wir ja auch auf dem Workshop mit. Da konnten die Teilnehmer das auch mal in die Hand nehmen. Also man muss schon sagen, ich glaube, man könnte problemlos mit dieser Kamera oder diese Kamera als Werkzeug beim Zimmer renovieren benutzen. Also irgendwelche Zimmernägel in die Wand hier schlagen. Kein Problem. Da ist ja auch dieses Display dran gewesen, dass man in alle Richtungen tilten konnte. Das konnte man quasi so, das war so an vier Stangen und das konnte man rausziehen nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Das ging in alle Richtungen. Und du konntest diesen schweren Body an diesem Display baumeln lassen und rumschütteln und da ist überhaupt nichts passiert. Und Chris, wir haben damals schon auf der Messe mal gesehen in Köln, wie sie da ein Kamerabody im Sandsturm gestellt haben, im Aquarium liegen hatten und so weiter. Im Aquarium liegen gehabt und die war einfach eingeschaltet und hat gefilmt. Also das, also wenn die sagen, das Ding ist umweltgeschützt oder gegen Elemente geschützt, dann meinen die das auch. Also im Zweifel halt auch einfach mal in den Farbeimer werfen, wenn du am Renovieren bist und damit dann die Wandstempeln hinterher kurz abspülen, geht wieder. Kleine Kameraabdrücke, ne? Das ist, ja, also jetzt bitte hier unten einblenden, bitte macht das nicht mit eurer Kamera oder auf eigene Gefahr. Der Borus hat keine Ahnung davon, ne? Also, aber das Ding ist, äh, ist der Burner. Also sie haben auf jeden Fall diese Faktoren, natürlich das Kostenfaktor rausgestellt. Auch unter anderem das Thema bei der K1, gab es nämlich einen Updateservice zwischendurch, ne? Du hast die K1, dann kam die Mark II, aber was haben sie gemacht? Sie haben ein Board Replacement, also ein Platinenersatz, Ersatz... Das fand ich auch stark. ...Geschichte angeboten und haben das für um die 500 Euro quasi, äh, ein neues Board mit neuem Prozessor, der dann tatsächlich auch zwei Stufen Helligkeit oder zwei Stufen Belichtung rausgeholt hat, äh, durch neue Algorithmen und so weiter. Ähm, ja, stimmt. Und jetzt kommt eben der Grund, warum dieses Video, äh, da gezeigt wird, und zwar haben sie ein neues Produkt, die Flagship-Kamera APS-C. Sie haben noch keinen Modellnamen genannt. Das Ding ist Currently in Development. Es gibt einen Preview, natürlich mit einem superklaren Optical Viewfinder, der auch sehr groß ist, der auch, ähm, äh, der aus neuem Glas gemacht ist. Ein sogenanntes High Refraction Glas Prism, wo sie seit 2017 angeblich dran rumdesignen schon. So, was auch immer das für eine Glasmischung ist. Magnification 1,05. Das ist sehr viel. Das ist sehr groß, das Bild. Und das, äh, so, dass das an den Rändern nicht irgendwie stark verzerrt oder so. Frag mich nicht, was ich da genau mache. Ja, sonst hast du halt so Zahlen von 0,8 oder wenn es dann groß ist, schon 0,9 und so. Äh, äh, weiteres Thema ist das, ähm, das Thema Brillenträger. Sie sagen, auch mit, auch mit Brille kriegst du keine Vignettierung. Also, du siehst irgendwie, irgendwie, äh, das ist besser, so. Und das finde ich jetzt wirklich interessant. Bei einer 1,05 Vergrößerung und trotzdem mit Brille auf Abstand noch alles sehen. Das sagt auch der Fotograf in dem Video, was du da laufen hast. Das hatte ich mir mal angeguckt. Ja, das hat dich immer im Hinterkopf halten. Das ist ein Werbevideo, ne? Das... Ja, natürlich. Frag mich halt, wie? Oder ob man das... Ne, verkleinern kannst du es ja nicht. Ist ja optisch. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Müsst man mal in der Hand halten, die Kamera. Ich bin ja Brillenträger, ich könnte es ausprobieren. Genau. Äh, heller, 10% heller als die KP, ähm, was immer das genau bedeutet. Kompakter als erwartet, sagt der Fotograf. Und mechanisch ist wohl in der Kamera sehr viel neu entwickelt worden. Außerdem hat sie zwei Kartenslots. Yay! Ähm, ja, ist okay. Ähm, was sie dann am Schluss noch zeigen, ist, äh, dass sie davon natürlich auch eine silberne Version haben. The Pentax hat, äh, limitierte Auflage, aber silberne Version von verschiedenen Kameras gemacht. Die ist dann schwarz beledert. Auch für, äh, diverse Objektive, äh, gibt es dann die Silberversion. Das ist also dann so das Äquivalent zur weißen Version oder beigen Version von Canon und so. Silberne Objektive bräuchte ich nicht, aber die silbere Kamera. Also der schraubt dann mal so ein Silbernes auf eine schwarze Kamera und ein schwarzer auf eine silberne Kamera und das sieht ganz toll aus. Ist schon schick, die Kamera. Außerdem gibt's ja die K1 Mark II auch in Silber, ne? Also... Habe ich leider nie wirklich First Person gesehen. Naja, also es ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall interessant, dass sie darauf, ähm, ja, darauf abgehen. Wir machen jetzt erstmal kein Full-Frame Wireless, ganz im Gegenteil, Optical Viewfinder. Das kann natürlich auch bedeuten, dass sie einfach so lange Entwicklungszyklen haben, dass sie noch ein paar Jahre brauchen, bis sie da sind. Weiß ich nicht. Das kann schon sein. Und sie werden in der Pipeline natürlich die Kameras gehabt haben, so wie die, die sie jetzt vorgestellt haben. Und wer weiß, was noch. Wer so Entwicklung kennt, Hardware-Entwicklung, ist nochmal langwieriger als Software-Entwicklung sowieso. Und bei Kameras kommt halt beides zusammen. Ja. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, die haben da noch Dinge in der Pipeline und denen geht vielleicht so ein bisschen die Muffe. Keine Ahnung. Da muss man mal erklären, was man hier für geile optische Sucher hat. Auf der anderen Seite ist es halt eine Nische, ne? Wir haben hier im Slack übrigens den Arndt. Der sagt, er ist einer von den drei Pentax-Kamera-Besitzern. Er hat uns das auch geschickt, das erste Video. Da hat er uns darauf hingewiesen. Also danke, Arndt. Ja. Auf jeden Fall. Also bitte weitermachen so. Also gerade diese Nischen-Kameras, gerade bei Pentax, die sind nicht so in den Blocks ganz oben, wenn man das so verfolgt. Und ich finde das weiterhin spannend, was sie machen. Also ich will das gar nicht schlechtreden. Und es war relativ klar, dass wir hatten ja vor einiger Zeit so eine Sendung, wo wir ein bisschen über das Thema geredet haben, wer ist der Nächste, den es erwischt. Und dass es Olympus wird, hat quasi keiner von uns erwartet damals. Nein. Wobei das auch noch nicht klar ist, ob Olympus weggeht oder nicht. Das werden wir ja noch sehen. Aber das war auf jeden Fall ein deutliches Zeichen, dass Pentax weitermacht. Und die waren so einer der Kandidaten, wo man eigentlich gedacht hat, wollen die das? Sollen die das? Ja, ja. Tja, die hätte ich eher auf der Abschlussliste gesehen tatsächlich. Ja, gut. Cool. Ich bin gespannt. Wir wissen ja noch keinen Produktnamen. Wir wissen keine Preise. Wir wissen kein Datum. Nicht. Offensichtlich gibt es irgendwelche Vorserienmodelle. Wir wissen nicht, ob man mit denen fotografieren kann oder ob das Dummies sind. Nichts davon wissen wir. Wir wissen nur, dass sie tolle optische Sucher machen und sich da auch committed haben. Also sich dazu, wie sagt man auf Deutsch? Verpflichtet haben, optische Sucher zu bauen. Ganz genau. Gut. Ja. Pentax. Chapeau. Klares Statement. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt, dass ich nicht die Zielgruppe dafür bin. Das ist nochmal soweit. Dafür gibt es ja verschiedene Anbieter. Ich finde das gut. Bitte hört bloß nicht auf. Wir brauchen Vielfalt im Markt. Wir brauchen viele Sachen, zum Beispiel solche. Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung. Ja, wir werden wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. Das sind die mit dem Foto-Zubehör. Und ihr bekommt mit unserem einmaligen Gutschein Happy Shooting 2020 5% auf jede Bestellung. Und heute haben wir das Black Rapid Wonder Lanyard. Ich muss nur kurz sagen, der ist zwar einmalig, dass wir ihn überhaupt sagen dürfen. Aber ihr dürft ihn mehrfach verwenden. Aber ihr dürft ihn mehrfach verwenden. Das stimmt. Hier. Das sind bei jeder Bestellung. Das Produkt des Tages ist der Black Rapid Wonder Wonder Lanyard Set Long. Also ich habe den hier in 120 Zentimetern. Was ist es? Es ist ein, ja, ich mache hier mal, ich gucke mal, dass ich mal eben schnell hier irgendwie die Website aufmache. Das ist heute ein bisschen hakeliger als sonst. Aber wir kriegen wir natürlich sofort hin. Ja, was ist es? Es ist eine Handschlaufe. Soweit so gut. Oder eine Schlaufe. Soweit so gut. Aber was ist es? Eine Smartphone-Schlaufe. Also, was hast du? Du hast, jetzt muss ich hier schalten und gucken. Und gleichzeitig, ich mache mich mal jetzt so ein bisschen groß. So, also, so sieht das Ding aus. Es ist ein Lanyard, also sprich ein Umhängeband mit hier Karabinerhaken dran und einer Längeneinstellung. Man kann es also irgendwie anpassen an die Länge, die man braucht. Ich mache mal die Folie hier weg. Und dann kommt hier so ein Teil, was, ja, wie erklärt man es? Es ist eine Fläche, die eine Schlaufe hat. Und das Ganze ist aus so einem stoffartigen Material zusammengeklebt. Und jetzt macht man das in eine Smartphone-Hülle rein und zieht diese Schlaufe und klebt das rein. Hier ist so ein richtig guter Klebedingens drin. So ein 3M-Kleber oder was ist das? Ja, sowas genau. Und man klebt das in eine Smartphone-Hülle rein. Hier sieht man es mal auf dem Bild. Und zieht die Schlaufe unten aus dem Loch raus, wo man auch das Ladegerät reinsteckt. Also hängt man quasi die Smartphone-Hülle an das Lanyard. Genau. Die Hülle gehört nicht dazu. Das kann man also jetzt quasi an fast jede Hülle dran machen. Das ist sehr dünn. Und hängt das dann unten quasi, hängt sich damit dann das Phone um den Hals. Also wer jetzt sowas braucht, weil das Phone dauernd runterfällt oder aus sonstigen Gründen, ist das ein Produkt, mit dem das relativ einfach geht mit bestehenden Hüllen. Und dann gibt es zwei Längen davon, 120 Zentimeter oder 88 Zentimeter. Und cool. Ja, ist natürlich auch so ein Thema beim Reisen, Diebstahlschutz und so weiter. Du, ich kann mir das auch in einigen Geschäften vorstellen. Es gibt ja so Businesses, Geschäfte, die haben spezielle Software auf dem Smartphone, wo sie halt ihren Warenbestand drauf haben oder wo sie durch die Regale laufen, um die Mengen aufzunehmen bei Inventur und sowas. Und bei den größeren, dann musst du es immer irgendwie weglegen und dann musst du aufpassen, dass es nicht runterfällt und dass es nicht liegen lässt. Und so kannst du es dir halt um den Hals hängen. Das ist eine fiffige Lösung und sie ist günstig. Unter 20 Euro kann man machen. Genau. Und wie gesagt, man braucht eine Hülle dafür, das auf jeden Fall. Aber dann passt das da rein. Tja, nett. Und wie gesagt, wer das gerne sich kaufen möchte oder andere Dinge in dem Laden von Enjoy Camera, der benutze unseren Gutscheincode BELICHTIGUNG. Äh, nee, Happy Shooting 2020. Das war der falsche Sponsor. Happy Shooting 2020. Und dann bekommt ihr 5% auf jede Bestellung und das geht natürlich auch für andere Dinge. Und wir sagen ganz herzlich Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, nächstes Thema. Jetzt, Achtung, Nerd-Alarm. Der Markus hat was geschrieben und gefragt und dann später sogar beantwortet. Ich gebe das deswegen hier gerne weiter. Es geht um Lightroom und die Steuerung mit einem MIDI-Pult und der Software Lightroom2MIDI, LR2MIDI. Die LR2MIDI. Ja. Hallo, Bo2 Chris. Hab hier nach eurer letzten Sendung 668 ein MIDI-Pult gekauft und MIDI2 Lightroom installiert. Daher eine Frage an die Zuhörer, welche das System ebenfalls benutzen. Da er jetzt lange beschreibt, was kommt, habe ich mal gerade die Frage vorgezogen. Er sagt, die Absolut-Regelung geht wunderbar. Das heißt, wenn man auf dem Pult irgendwo einen Knopf drückt oder den Regler verdreht, dass die absolute Reglerposition genommen wird. So ein MIDI-Regler, der hat dann Werte von 0 bis, weiß ich nicht, 100 oder bis 250 oder was auch immer. Und dass dann exakt dieser Wert, wenn man dreht, übernommen wird, das funktioniert. Aber wenn man das Ganze so konfigurieren möchte, dass man eine relative Einstellung hat, so dass eben zum Beispiel bei einem Drehknopf egal ist, wo er gerade steht, sondern man möchte sagen, das Bild wird geöffnet, ich drehe jetzt ein bisschen nach rechts und dann möchte ich, egal wo der Belichtungsregler im Programm gerade schon steht, einfach ein bisschen weiterhaken. Genau, diese Unendlich-Regler. Diese Unendlich-Regler, die willst du eigentlich relativ haben, damit du das Bild da, wo du es hast, dann weiter heller oder dunkler machst oder kontrastreich oder kontrastärmer. Und bei Schieberegler, die ja eher absolut sind, da ist es sinnvoll, halt auch einen absoluten Regler zu haben, weil du hast einen Anschlag oben und unten. Genau. Und da sagt er eben, bei den Relativ-Einstellungen werden nur zwei Werte, nämlich 0 und 127 an Lightroom geliefert und entsprechend und differenziert sehen dann die Ergebnisse auch aus. Also digitales Gaspedal, ne? Läuft oder läuft nicht? Tja, das ist so seine Frage. Was er hier gemacht hat? Lightroom 6.14, das ist das letzte Update der Kaufversion. Windows 7, 64-Bit hat er. Genau, da hat er alle Konfigurationen, die auf der... Achso, das ist ein Arturia Beatstep. Ist das Arturia Beatstep? Das sagt mir nichts. Das wird das Board sein. Hat er alle Konfigurationen, die auf der MIDI-2LR-Webseite sind, ausprobiert. Hat also die Firmware aktualisiert, hat sich im Control-Center noch eine Beatstep-Datei geladen und die Layer zugewiesen, hat die XML-Datei geladen. Die Tasten funktionieren, die Regler sind alle auf Relative 2 eingestellt, aber liefern eben nur zwei Werte. Ja, also das ist so ein bisschen das Problem. Ob da irgendjemand eine Idee hat? So, ich hatte das dann hier schon in die Shownotes geworfen. Die Woche läuft. Und irgendwie jetzt gerade heute oder die letzten Tage, muss das gekommen sein, hat er tatsächlich eine Lösung gefunden. Ach. Er schreibt nämlich, Hallo, Boto, Chris konnte die Probleme zwischenzeitlich selbst beheben. Die Ursache sind zwei Dinge. Die importierte MIDI-to-Lightroom-XMLs, also diese Konfigurationsdateien, haben für die Taster andere Bezeichnungen als das Board. Vermutlich wurden die vom Hersteller zwischenzeitlich geändert. Daher laufen die XMLs nur eingeschränkt. Das heißt, die fertigen Konfigurationen passen nicht mehr zur Hardware. Und mit MIDI-to-Lightroom startet das Beatstep immer auf Layer 2, obwohl es anzeigt, dass der Layer 1 eingeschaltet ist. Das heißt, du denkst immer, du regelst gerade mit einem bestimmten Parameter, aber tatsächlich wird ein ganz anderer Parameter bewegt. Das hilft nicht wirklich. Beide Probleme führten anfangs zu etwas Frust. Nun funzt es aber wunderbar, schreibt er hier. Funzt finde ich auch sehr schön. Kann aber auch euch beide verstehen, also uns beide. Ich liebe es auch, einen Workflow für möglichst vieles zu haben. Aber da ich die Bilder nur am PC entwickle, passt das dann schon. Also das spielt ja darauf an, dass wir gesagt haben, ist ja schön, wenn ich hier am Desktop so ein Pult habe, um schnell bearbeiten zu können. Wenn ich dann aber im Wohnzimmer am Notebook sitze oder unterwegs vor Ort im Hotel irgendwo was bearbeiten will, habe ich halt ein Problem, weil dann schleppe ich das Zeug ja nicht mit. Und dann habe ich immer zwei verschiedene Bedienungen. Das ist so mein Problem damit. Also er hat das offensichtlich gelöst. Da wird man diese XML-Datei anpassen müssen und eben daran denken müssen, dass das Beatstep auf Layer 2 startet, auch wenn es Layer 1 anzeigt. Ich vermute, dass man da einmal hin und her switchen muss oder sowas. Und dann wird es wohl funktionieren. Ja, Markus, interessantes Problem. Schön, dass du das gelöst hast und dass wir das an dieser Stelle weitergeben können. Denn nachdem wir darüber gesprochen haben, haben sich durchaus ein paar Hörer, Hörerinnen gemeldet, dass sie sich sowas angucken wollen zumindest. Und auch einige haben sich gemeldet, die das tatsächlich aktiv benutzen. Genau. Vielleicht konnten wir da einiges Rätselraten ja schon verhindern. Sehr schön. Tja. Bleiben wir mal bei dem Thema MIDI und Lightroom-Bedienung. Und da hat sich Manuel gemeldet. Und das fand ich interessant, weil das wird jetzt noch nerdiger und ist wahrscheinlich eher für Menschen, die mit Lötkolben umgehen können und schon mal Arduino oder ähnliche Mikrocontroller selbst programmiert haben. Und zwar schreibt der Manuel, hi, Boris, hi, Chris. Ich bastle gerade seit einiger Zeit mit Mikrocontrollern herum. Man kann zum Beispiel mit einem Teensi, und die Teensi ist also ein Mikrocontroller, der Zweier ist günstig, kostet 8 Euro ungefähr, kann aber auch nur 8 Bit. Da gibt es dann die Dreier-Version mit 32 Bit und ein bisschen teurer. Man kann also mit diesem Teensi einen nativen USB-Midi-Controller bauen, der ohne Treiber direkt auf jedem System läuft. Also USB-Midi-Controller mit USB-Stecker an System, egal ob Windows, Mac oder sonst was. Da werden quasi die Standardtreiber angesprochen, fertig. Muss man also nichts für installieren. Und dann POTIS-Knöpferschieber kann man dann nach eigenen Wünschen hinzufügen. So Bibliotheken und Anleitungen gibt es vom Hersteller. Und sonst, er sagt dann ESP32, das ist also nochmal ein anderer Midi-Controller, kann man das noch weiter aufbohren, nämlich per WLAN oder Bluetooth dann MIDI machen. Der hat das eingebaut. Und auch hier kann man ganz locker zum Beispiel mit der Arduino IDE und der Bibliothek starten. Da gibt es also diese Entwicklungsumgebung von Arduino. Dazu brauchst du einfach nur ein bisschen können und dann geht das schon. Er hat da so einen Link zu der entsprechenden Library. Die gibt es auf GitHub zum Runterladen. Und auf YouTube findet man dann auch ganz hilfreiche Videos, eine Serie dazu. Und schreibt dann, da weder der Code noch das Löten der Bauteile die meisten Leute überfordern dürfte, wird nur etwas Zeit gebraucht. Da wäre ich vorsichtig, weil ich kenne genügend Leute, die das wahrscheinlich erst mal überfordern würde. Und man muss da, glaube ich, schon mehr Zeit investieren, als du denkst. Aber trotz allem ist es ziemlich cool. Er sagt dann zum Beispiel, so Schieberegler, Schiebepotentiometer, 10 Kiloohm, kriegt man zum Beispiel beim deutschen Elektrohandel mit dem C, also Konrad wahrscheinlich, schon für 90 Cent. Man kann da relativ einfach sich die Sachen zusammenbasteln oder zumindest relativ günstig. Und dann so ein ESP32, das Ganze auf eine kleine Holzplatte oder ein 3D-Case packen und schon hat man einen Lightroom-Controller selbst gebauten. Und dann schreibt er hier noch eine Batterieaufnahme dazu für einen 18650er Akku. Das ist so ein Lithium-Ionen-Akku. Und das Ganze so groß wie ein iPad Mini und die Kosten liegen bei 20 bis 30 Euro. Und dann schreibt er, das finde ich interessant, eventuell erstelle ich da mal was und packe es auf GitHub. Grüße, Manuel. Also. Ja, schick mal einen Link, wenn du da was hast. Ich wittere ja ein neues Community-Projekt in irgendeiner Form. Es klingt ein bisschen so. Der Jochen hat hier auch schon geschrieben, ist, Teen, sie ist cool, kann alle möglichen Eingabegeräte emulieren, Tastatur, Maus, Gamepad, Punkt, Punkt, Punkt. Und das Ganze mit Bluetooth-Optionen, das klingt schon spannend. Also, wenn das, also Manuel, wenn du Bock hast, da tatsächlich mal was zusammenzuschreiben, aber das muss schon so sein, dass da die Leute jetzt auch mit weniger Erfahrung das vielleicht in irgendeiner Form hinkriegen. Also, das muss schon detailliert beschrieben sein. Oder vielleicht sind ja andere Bastler in der Community, die da vielleicht dazukommen wollen. Und eins können wir euch versprechen, oder können wir dir versprechen, wenn da was kommt, was interessant ist, dann machen wir hier Werbung dafür. Dann wird das hier auf Happy Shooting, der Happy Shooting, der Happy Shooting Lightroom-Controller zum Selbstmachen. Ich meine, ich erinnere da nur an das Repro-Stativ, was der Jochen entwickelt hat, was jetzt für 35 Euro bei Dold zu kaufen ist im Bausatz. Auch das verlinken wir noch mal in den Shownotes. Das gibt es nämlich immer noch. Also, so günstig kriegt man sowas nicht. Und es ist halt so ein Community-Projekt. Vielleicht können wir da ein Community-Projekt draus machen. Wir werden auf jeden Fall gerne unsere Plattform hier zur Verfügung stellen. Das ist schon echt eine starke Nummer. Eine starke Nummer. So, das war der Manuel. Also, halt uns da bitte auf dem Laufenden. Coole Aktion. Und der Dietmar sagt, er hat eine MIDI-Bastelecke ohne Lötkolben. Korrekt. Die Version ohne Lötkolben. Es geht auch... Er schreibt zur... Ja? Nee, erzähl du mal. Mach mal. Okay. Zu Lightroom-Steuerung per MIDI-Computer. Auch ich nutze den Behringer X-Touch Mini und bin schwer begeistert. Von der Haptik bei der Bedienung und dem Preis kleiner 50 Euro. Okay, wie von euch angemerkt, war die Lieferzeit schon lange. Keine zwei Tage. Und das zu Lockdown-Zeiten. Okay, hey, da hast du. Aber Halleluja. Vielleicht gibt es gerade wieder einen Container, den man bestellen kann. Es gibt aber auch ein paar weitere... Ein paar wenige Nachteile, die ich hier nicht verschweigen möchte. So zum Beispiel, das Nicht-Funktionieren der Alt-Tasten-Regler-Kombination, etwa bei Absauf- und Ausfranz-Warnanzeige maskieren und dergleichen. Wer diese Alt-Tasten-Schieberegler-Kombi nicht nutzt oder dann halt vermutlich nicht kennt, dem wird beim MIDI-2LR nichts abgehen. Tja, das ist wohl ein Problem, was sie haben mit der Software-Steuerung, das mit diesen Alt-Tasten zu kombinieren. Da gibt es wohl irgendwie ein Problem in Lightroom. Nun ja, aber auch das ist eine relativ günstige Möglichkeit. Also der X-Touch, wie gesagt, unter 50 Euro. Der X-Touch Mini. Ich habe hier ein Tutorial-Video gefunden, wo das einer tatsächlich mal erklärt, wie man das macht. Der hat auch die Putis ausgetauscht. Da gibt es nämlich Austauschkappen mit verschiedenen Farben. Ach, hat der. Und dann kannst du nämlich die Farben oben reinstecken, wie bei Lightroom, auf den Farbkanälen. Und dann weißt du, wenn du dann drehst und du hast die Farbkanäle da drauf gelegt, welchen Farbkanal du bearbeitest. Nur gut, also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ohne viel Löten doch irgendwie eine Fernsteuerung hinzubekommen, ohne da jetzt gleich irgendwie ein paar hundert Euro für eine maßgeschneiderte Geschichte auszugeben. Fand ich alles cool. Also sowohl die Software-Geschichte als auch die Löt-Geschichte, als auch dieses MIDI-2LR. Das ist, glaube ich, ein Enabler. Da geht schon was. Absolut. Ja. Schön. Vom Basteln-Nerd zurück zum Fotografien-Nerd. Und wenn wir schon beim Neu-Vorstellen sind. Ja, der Kai hatte einen Link gepostet von 4.3 Rumors. 4.3 Rumors. Rumors. Gerüchte.com. Das wohl ein neues Olympus-Objektiv da rausfallen wird. Und das wohl auch absehbar. Denn es sind jetzt tatsächlich Fotos geleakt. Und zwar in Anwendung. FT5 ist das Rumormarker. Das ist also die höchste Markung. Also sehr, sehr sicher. Es geht um ein 100 bis 400 Millimeter Objektiv. Und dann sagen wir, hoppla, da warten wir doch bei Olympus sowieso auf eins, was wahrscheinlich richtig teuer wird. Aber dieses hier dürfte etwas günstiger werden. Denn es handelt sich um eine Offenblende 5.0 bis 6.3. Also keine durchgehende Blende. Sondern eine Variable. Bildstabi ist auch drin. Und sie schreiben von einer Naheinstellgrenze von 1,30 Meter. Also auch am langen Ende. Das wäre sehr gut. Da müsste man jetzt tatsächlich mal ausprobieren, was optisch da an Vergrößerung rauskommt. Weil zum Beispiel das Canon, was ich habe, das Canon 100 bis 400, ist an der Naheinstellgrenze keine 400 Millimeter. Also bei weitem nicht. Die 400 Millimeter hat zwar unendlich, aber nicht auf der Naheinstellgrenze. Dann ist die Rede von einem Filterdurchmesser von 72 Millimetern. Und eine Abmessung von Durchmesser. Ich runde mal 86, also sagen wir mal 8,5 Zentimeter und 20,5 Zentimeter lang. Und soll knapp über einem Kilo wiegen. Also 1,12 Kilo. Ohne den Adapter für Stativ. Und dann denke ich mir so, ja, okay, Preise wissen wir jetzt noch nicht. Was wird denn sowas wohl kosten können? Und da habe ich mal geguckt, weil das kommt mir doch alles sehr bekannt vor. Denn es gibt schon sehr, sehr lange von Panasonic Schrägstrich Leica ein 100 bis 400 Millimeter Objektiv. Ebenfalls mit dynamischer Blendenöffnung. Es gibt nämlich von Panasonic oder Pana Leica das 100 400. Das fängt mit einer Offenblende 4 an. Ist also am kurzen Ende Lichtstärke. Und geht ebenfalls bis 6,3 am langen Ende. Hat ebenfalls eine Naheinstellgrenze von 1,30 Meter. Hat ebenfalls einen Filterdurchmesser von 72 Millimeter. Hat, ist es schlanker. Hat einen Durchmesser von 8,3 Zentimeter statt 8,6. Ist nur 17,0 Zentimeter lang statt 20,0. Und wiegt nur 0,9 Kilo. Also etwas kompakter, etwas leichter, etwas lichtstärker. Und liegt so im Handel bei irgendwo 1.500 Euro, 1.400 Euro. Je nach Angebot vielleicht auch mal ein bisschen drunter. Aber das ist mal so die grobe Preisrichtung. Das heißt, wenn da jetzt von Olympus ein äquivalentes Objektiv kommen möchte. Ich sag mal, teurer als 1.500 darf es nicht sein. Oder es müsste brutal besser sein. Also was dann die Stabilisierung, die Bildschärfe und was weiß ich alles angeht. Was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Die Hoffnung ist natürlich da, dass es vielleicht unter 1.000 Euro rutscht. Aber auch das kann ich mir wiederum nicht feststellen. Weil warum sollten sie das tun? Mal schauen. Könnt mir aber vorstellen, dass das 100 bis 400, auf das wir alle warten von Olympus, einfach verdammt teuer werden wird. Aber gut, vielleicht erfahren wir das dann noch dieses Jahr. Tja. Lass uns mal über eine andere Hardware reden. Gerne. So, also. Die könnte ich hier jetzt gerade mal gebrauchen. Ich gehe jetzt gerade mal noch so einen Schritt zurück. Und wir reden noch mal kurz über die Canon R5, die ja nicht nur 8K RAW-Video machen kann, sondern dabei auch sehr warm wird. Und dann muss man sie ein bisschen abkühlen lassen. Das war ja dann doch ziemlich überall das Thema. Und ich sagte dann, ich möchte daran erinnern, dass ich sagte, da wird es sicher bald Zubehör dafür geben, in Form von irgendwelchen Kühlkörpern, in Form von irgendwelchen Pelletier-Elementen, die man hinten draufkleben kann. Tada! Tilda! Wer auch immer Tilda ist. Ich habe noch niemals von Tilda gehört. Alter, ist das ein echtes Foto? Oder ist das einfach eine Montage? Das ist mit Sicherheit ein Render im Moment noch. Wir kündigen jetzt an, dass sie ein Kühlelement für die Canon R5 bauen wollen. Und zwar reden wir hier von einem Teil, was hinten auf die ... Also man klappt das Display weg von der Kamera. Und auf diese Fläche, die dann hinter dem Display frei wird, wird dann dieses Teil draufgepappt irgendwie. Wahrscheinlich, wenn es so eine Wärmeleitpaste oder sonst was dazwischen tut. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob diese Rückwand dann irgendwie direkt mit dem Kamerainnern verbunden ist. Also ob da eine Wärmeleitung stattfindet. Aber sie haben das Ding angekündigt. Und ja, wie funktioniert es? Hier ist so eine Explosionszeichnung, die das mal so zeigt. Also wir haben oben einen Ventilator. Dann steht hier Low Noise Fan. Ich kann mir bei der Größe des Ventilators nicht vorstellen, dass der wirklich ganz leise sein soll. Dann einen riesen Kühlkörper drumherum. Und dann einen Cooling Chip. Was ist ein Cooling Chip? Das ist ein Pelletier-Element. Klar, irgendwo muss ja ... Genau, das Pelletier-Element funktioniert so, wenn man das elektrisch betreibt, dann wird das auf der einen Seite warm und auf der anderen Seite kühl. Also es transportiert die Wärme in eine Richtung. Und auf der warmen Seite ist dann der Kühlkörper, der das dann abtransportiert, die Temperatur. Und auf der anderen Seite ist es ein Kühlkörper. Das ist dann weg. Kühlschrank, genau. Ja, sie sagen, das Modul ... Das heißt, du musst es mit Strom befeuern. Oder ist ein Akku drin? Nee, nee, da ist ein USB-Anschluss dran. USB-C-Anschluss. Tilta sagt, das Ding könnte die Temperatur von ... Was? Eine Temperatur auf 15 Grad runterkühlen, das Ding. Anscheinend. Und ja, bestromt wird das hier über einen USB-C-Anschluss. Preis und Verfügbarkeit have yet to be announced, sagt Tilta. More info will be released soon. Das heißt, das Ding ist im Moment wahrscheinlich Vaporware und ist erst mal kein Produkt, aber zumindest eine Ankündigung, die gerade mit Sicherheit ein bisschen Furore macht bei bestimmten Leuten. Ja, was haben wir dazu? Also die Frage ist ja wirklich, ob das ernst gemeint ist, ob das funktioniert, die Wärme da hinter dem Kameradisplay abzugreifen. Also wie du jetzt schon gesagt hast, tritt da die Wärme auf? Ist das der Punkt, wo sie abgeführt werden kann? Also das ist erst mal ein großes Fragezeichen. Canon hat ja gesagt, sie haben der R5 ein Magnesium-Aloi-Gehäuse spendiert, damit die Wärme da gut verbreitet wird. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass diese Rückwand, also unter dem Display die Rückwand der Kamera, wenn man davon ausgeht, dass diese Fläche dann im Prinzip nur so ein lackiertes, also die Rückwand ist, die lackiert ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da Wärme abführen kann. Aber ja. Ich finde das sehr lustig. Vor allen Dingen, also das müsste ja wirklich gut befestigt werden, und dass es da auch die Wärme wirklich abgreifen kann. Da könnte so ein Klebepad mitkommen, sowas. Wenn du das aber da dran klebst, dann machst du das ja nicht mehr ab. Das heißt, du kriegst dann das Display nicht mehr zugeklappt und du kannst die auch nicht mehr zum Fotografieren verwenden, um dein Auge da hinzuführen, weil sonst ist deine Nasenstipp kürzer. Also ich sehe hier unten auf diesem einen Foto, sehe ich unten dran sowas, das aussieht wie so eine Befestigungsgeschichte. Vielleicht wird das unten am Stativgewinde festgemacht, über so eine L-Klemme irgendwie. Das sieht zumindest danach aus. Lassen wir uns mal überraschen. Also hier, das sieht man auf diesem sehr dunklen Ränder. Hier sieht man das doch. Ja. Gut, aber halten wir mal fest. Du hast es gesagt, der Beweis ist in der letzten oder vorletzten Sendung. Ich habe es gesagt. Wollte ich jetzt noch mal sagen, dass da was kommt, dass der Zubehörmarkt ... Chris, extra für dich. Dankeschön. Den habe ich mir verdient. So. Ja, und das wird nicht das Letzte bleiben, da bin ich mir sicher. Sagen wir mal so, jetzt muss irgendjemand ein Proof of Concept machen, ob das auch wirklich geht. Und wenn das wirklich geht ... Also du musst dir vorstellen, du fotografierst dann oder filmst dann mit dem Ding. Und du hast dann irgendwo so einen externen Atomos-Rekorder obendrauf, damit der über HDMI dann entsprechend gute Qualität abgreifen kann. Dann hast du also Atomos, dann hast du ... Dann braucht er eine Batterie, um diesen Atomos zu betreiben. Dann hast du die Kamera. Dann hast du irgendwie noch einen Käfig drumrum. Dann hast du diesen Kühler hinten drauf, der dann auch noch betrieben werden muss durch einen relativ starken Battery-Pack, weil das muss ja ... Du willst ja lange aufnehmen, also musst du das Ding auch lange betreiben können. Du hast da hinterher so ein richtiges Package beieinander. Na, Hauptsache es ist nicht zu laut. Ja, wieso? Sound macht man hinterher über ADR, ne? Das macht man ja in der Postproduktion. Erst das Interview machen und dann dein Interviewpartner sagen, jetzt kommst du noch mal mit ins Studio und sprichst das alles bitte noch mal. Ja, das ist fürs Vloggen genau richtig. Weißt du, hast du eine Kamera und hast hinterher so ein Bizep und kannst hinterher noch alles noch mal nachvertonen. Du, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Problem ist. Ich weiß nur, dass ich jetzt mit Lavalier-Mikrofonen rumexperimentiert habe und selbst die Gerichteten sind ganz schön empfindlich, was die Umgebungsgeräusche angeht. Ja. Jochen sagt, hoffentlich ist der Benzinmotor nicht so laut. So ein kleiner Zweitakter oder so. Ja, genau. Alter Trabi-Motor drunter geschraubt. Weißt du, was ich jetzt mal schraube? Schraubt doch mal. Happy Shooting, der Foto-Podcast. Werbung. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch Webseiten bauen könnt und wo ihr auf alle kostenpflichtigen Pakete 20% sparen könnt mit unserem Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung, zwei Is, zwei Gs, 20%. Das ist sehr schön. Und was kann man da machen? Da kann man Webseiten bauen und zwar ohne irgendeine Ahnung haben zu müssen von Webseiten bauen. Das klingt paradox, ist aber so. Man geht nämlich einfach mal auf happyshooting.de slash Jimdo und sagt, ich möchte eine Webseite bauen. Und dann wählt man zum Beispiel mal den Dolphin. Sagt hier, versuch doch mal. Geht nämlich absolut kostenlos erstmal. Nichts hinterlegen und so. Einfach mal starten, einfach mal testen. Und dann beantwortet man so ein paar Fragen. Gibt vielleicht noch, wenn ihr wollt, euren Instagram-Account oder ähnliches an, dann werden auch direkt Fotos von darunter gezogen. Weil, was nämlich dann dieser Dolphin für euch macht, was Jimdo da für euch macht, es erstellt euch quasi ein Gerüst für eine Webseite. Abhängig von den Fragen, die ihr beantwortet habt, sind dann so vorgegebene Texte schon in Du- oder in Sie-Form drinne oder haben halt eher einen verspielten Stil oder einen etwas klareren Stil. Und das könnt ihr euch hinterher alles noch anpassen. Also keine Angst, da irgendeine Frage falsch zu beantworten. Also falsch in Anführungszeichen. Sondern einfach mal machen lassen. Weil ihr habt dann nicht wie bei Word irgendwie eine leere Seite vor euch, sondern ihr habt eine Webseite, eine funktionierende Webseite vor euch. Mit Text, mit Bildern. Ihr habt also einen guten Eindruck, wie das Ganze wirkt, aussieht, wie es funktioniert. Und könnt dann da hergehen und könnt sagen, okay, prima, jetzt passe ich die Texte ein bisschen an, sodass die besser zu mir passen. Oder ich schmeiße noch ein paar Bilder raus, schmeiße andere Bilder rein. Ich brauche noch mehr Elemente. Ich will noch mehr Text reinmachen. Ich will noch mehr Bilder reinmachen. Ich will eine Galerie reinmachen. Vielleicht habt ihr YouTubes Videos, die ihr da verlinken wollt. Das geht. Also überall da, jedes Modul, was ein Bild anzeigen kann, kann euch auch ein YouTube-Video abspielen, wenn ihr wollt. Dann müsst ihr nur eben dann den YouTube-Link eingeben. Statt Bilder-Link. Und dann macht das die Seite vor euch. Funktioniert. Ihr könnt sogar ein Shop-System reinbauen, wenn ihr sagt, ihr wollt ein paar Sachen verkaufen. Jetzt nicht den hyper, super, riesengroßen Shop. Also ihr macht da jetzt nicht irgendwie Amazon mit Konkurrenz oder sowas. Aber wenn ihr irgendwie eine Handvoll Artikel habt, die ihr verkaufen wollt oder für euer Seminar irgendwelche Tickets verkaufen wollt oder ähnliches, das ist damit möglich, ohne dass ihr euch damit auseinandersetzen müsst, was für Rechte in Deutschland gelten, wie das Ganze aufgebaut sein muss und, und, und. Ihr macht einfach ein paar Fotos von euren Produkten, wenn ihr mögt, macht da einen Shop, stellt Artikel da rein, schreibt einen Preis dazu, die Menge da rein und fertig ist der Lack. Schon kann jeder da mit einem Warenkorb bestellen, wie sich das gehört. Ziemlich cool gemacht. Gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Wenn ihr dann ein kostenpflichtiges Paket klickt, dann könnt ihr auch mit eurer Domain arbeiten, die ihr entweder verlinken könnt. Das ist alles bei Jimdo geschrieben. Wenn ihr also schon irgendwo eine Domain habt, wenn ihr wisst, was eine Domain ist, dann habt ihr wahrscheinlich eine, dann könnt ihr die benutzen mit der Jimdo-Seite. Wenn ihr noch keine habt, aber wollt eine haben, könnt ihr die direkt da bestellen. Das ist dann auch eure. Wenn ihr irgendwann mal sagt, ich bin jetzt aus Jimdo herausgewachsen, ich brauche jetzt was richtig Großes, mein Business ist riesengroß geworden, ich lasse mir jetzt für ein paar tausend Euro eine eigene Webseite bauen, dann könnt ihr natürlich die Domain mitnehmen. Also ihr seid da nicht gefangen, aber es ist ein super Start und ich würde mal behaupten, für einen ganz, ganz großen Anteil der Leute, die eine Webseite haben sollten, gerade kleinere Shops und ja, Privatbastler, sag ich mal, die Dinge verkaufen oder anbieten. Wenn ihr, was weiß ich, einen schönen Eiswagen hatten wir schon mal, wenn ihr einen Espresso-Dienst oder sowas habt. Wir haben hier in der Gegend so kleine Wagen. Ja, haben wir. Ist mir gerade wieder erzählt worden, dass in dem Dorf, wo unser Pferd steht, durchaus mal von irgendwelchen Nachbardörfern so ein kleines Dreirad irgendwie rumfährt. Einer, glaube ich, mit Espresso und einer tatsächlich mit Eis. Und ich finde den nicht. Weißt du, ich weiß nun schon, wie der heißt. Ich weiß, wo der rumfährt und du findst nichts, weil die sind halt, was weiß ich, auf Instagram oder auf Facebook oder sowas, aber haben keine Webseite, mit der sie gefunden werden und wo ich sie buchen könnte. Das ist schrecklich. Die brauchen mal so eine Webseite. Und wenn ihr euch da angesprochen fühlt oder auch jemanden kennt, wo ihr sagt, das wäre, glaube ich, was für den, empfehlt denen das mal. happyshooting.de slash Jimdo kostenlos starten, kein Risiko. Und wenn ihr sagt, geil, das funktioniert richtig super. Ich muss hier nichts von nichts Nahnung haben, nur meine Texte reinschreiben und fertig ist der Lack, dann klickt euch ein kostenpflichtiges Paket und denkt bitte an den Gutscheincode belichtigung, belichtigung, zwei Is, zwei Gs, 20 Prozent ist wichtig, weil dann wissen sie, dass ihr von uns, dass ihr von uns kommt, ist richtig rum. Und dann haben wir auch ein bisschen was davon da. Also an dieser Stelle vielen Dank an euch, wenn ihr unseren Code benutzt und vielen Dank an Jimdo, dass wir diesen Code hier weitergeben dürfen. Tolles Produkt. Dankeschön dafür. Dankeschön. Kommen wir zu den Fragen. Ja, Jürgen fragt, ich gehöre zu den derzeit laut Umfrage 17 Prozent, welche Lightroom mit Controller nutzen. Das Thema wäre mir nicht los. Da haben wir es wieder. Ich verwende dabei den Klassiker X-Touch Mini. Auch den hatten wir heute und bin nach einiger Grübelei und optimiere nun mit der dritten Version meiner Belegung 100 Prozent zufrieden. Nebenan steht auch eine Kassentastatur à la Thomas Pöhler, bei mir jedoch rein für Lightroom. Somit brauche ich keine Tastatur mehr und habe schön Platz für mein Vakuum-Tablett am Schreibtisch. Als Controller-Tool kommt MIDI-2LR zum Einsatz, ein wirklich geniales Tool mit tollen Funktionen. Damit kann ich zum Beispiel den Ausschnitt beim Cropen vorwählen, 3 zu 2 oder lieber doch 4 zu 3 oder 16 zu 9. Mit einem Klick steht die Vorauswahl. Ich habe lange gesucht, jedoch leider keine Möglichkeit gefunden, dies via Tastenkürzel hinzubekommen, um es auf meine Tastatur zu legen. Kennt ihr da eine Möglichkeit? Vielen Dank. Also den Crop des Seitenverhältnisses. Den Crop mit Tastenkürzel. Das heißt, man kann zwar ja, du kannst auf Knopfdruck ja das Crop-Tool starten, aber es ist der zuletzt gewählte Crop eingestellt. Das ist eine ganz heiße Regel bei Lightroom. Wenn ihr das Crop-Tool startet und verschiebt erst den Ausschnitt oder ändert die Größe vom Ausschnitt und passt dann irgendwas an am Seitenverhältnis oder dieses Schloss aufmachen oder zumachen für das Seitenverhältnis, dann merkt er sich das nicht. Dann ist es nur für dieses eine Bild. Wenn ihr irgendwas an den Einstellungen in Lightroom anpasst, bevor ihr am Bild was macht, dann merkt er sich das auch für die zukünftigen Bilder. Das wäre schon mal ein Hinweis. Ich habe aber auch tatsächlich mal gesucht, es gibt auch im Menü auch keinen Befehl oder es gibt keinen Shortcut dafür, um zu sagen, schalt mal um auf 4 zu 3 oder auf 1 zu 1 oder auf das Nächste in der Liste oder so etwas. Also ich wüsste nicht, dass es da einen Hack dafür gibt. Oder irgendwas ganz Wildes. Also quasi die Maus über den Bildschirm steuern, so wenn Fullscreen ist und das aufgeklappt ist. Du meinst so ein Makro-Rekorder und so. Ja, wenn man weiß, das ist an der Pixel-Position 380 und ganz rechts. Sowas könnte man vielleicht hinbiegen. Oder das aber nie das Ding, nicht im Fullscreen und bei einer anderen Bildschirmauflösung und auf dem zweiten Space. Nee, du, danke, das ist zu anfällig, glaube ich. Schwieriges Thema. Also ansonsten denke ich, wird das nicht funktionieren. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich habe nichts gefunden. Also Community, gibt es in Lightroom einen Trick, vielleicht über die API von Lightroom oder Ähnliches, das Seitenverhältnis beim Beschneiden, beim Zuschneiden auszuwählen auf Knopfdruck? Tja. Wäre schon manchmal schick. Also manchmal möchte ich auch auf Knopfdruck, auf Quadrat und wieder zurück. Ich muss gerade sehr lachen wegen dem, was da gerade im Slack steht. Das hat der Red Knight aus dem YouTube-Chat geholt. Also das Ding läuft jetzt gerade live auf YouTube. Wir streamen ja live und da schreibt ein Gavin Embry, I've been watching for 10 minutes and still have no clue what this is or why it was in my recommendations. Also aus irgendeinem Grund hat der Algorithmus diesem Menschen, der wahrscheinlich noch nicht mal, vielleicht noch nicht mal Deutsch spricht, uns vorgeschlagen. Und dann sitzt er tatsächlich 10 Minuten davor und fragt sich, warum. Gavin, we are very sorry. We also have no clue why you're watching us. Maybe you'd like to learn German with us. This is the German Language Podcast. Happy shooting. Bang, bang, happy shooting. About all things photography. Lass uns mal zu Thorsten kommen. Er hat nämlich auch noch was gefragt. Und zwar in unserem Leben haben sich in kürzester Zeit Videoplattformen wie Zoom-Teams und so weiter ihren Platz gesichert. Nun können bei allen Plattformen Background-Bilder verwendet werden, die als Layover eingebunden werden können. Und das prangere ich an. Nicht bei allen. Hintergrundbilder. Unsere Marketing-Abteilung fragte mich an, ob ich gegebenenfalls Bilder für Teams erstellen kann, die Orte in unseren Gebäuden zeigen. Idealerweise natürlich in einer Anmutung, sodass es so wirkt, als würde die Person dort sitzen. Nun die Frage, welche brennweiten Bildwinkel soll ich verwenden bei 50 Millimeter Kleinbild? Und gibt es noch Tipps, zum Beispiel hinsichtlich Perspektive, Position der Kamera etc., die ich berücksichtigen könnte? Danke schon mal allen, die das beantworten können. Ja, das ist relativ einfach. Ja, klar gibt es die. Das ist relativ einfach. Du solltest aus einer Höhe fotografieren, wo sich die Webcam befindet, damit das nachher perspektivisch stimmt. Also in diesem Fall hier auf Höhe von, weil, weiß ich, kannst du mal abmessen, wie hoch das vom Boden üblicherweise weg ist. Und dann sollte das natürlich mit der Person, die das verwendet, auch übereinstimmen. Wenn die immer den Laptop auf dem Schreibtisch hat und dann immer so leicht von schräg unten nach oben guckt, weil das halt so ist, dann wäre auch das dafür dann die richtige Kameraposition, von leicht schräg unten nach oben quasi, damit das irgendwie realistisch wirkt. Was du schlecht beeinflussen kannst, ist natürlich das Thema Licht. Also wenn die Person vorne jetzt im fahlen Monitorschein irgendwie grünlich angeleuchtet ist oder da kommt die Sonne und knallt auf deine Gesichtshälfte und hinten ist alles diffus, das könnte etwas unglaubwürdig wirken. Aber generell würde ich sagen, Licht eher diffus halten und aus der Position der Webcam, der üblichen Position der Webcam fotografieren und dann, ich behaupte mal relativ gerade in den Raum, ohne jetzt irgendwie groß rechts links zu kippen oder hoch runter zu kippen. Das würde ich so tun. So wie halt das Notebook auch steht. Also da, wo das Notebook hinguckt, wo die Webcam vom Notebook hinguckt, da muss auch deine Kamera hingucken. Und der Brennweitenbereich sollte auch ungefähr passen. Ja, aber du kannst es nicht jegliche Variation irgendwie abbilden. Also du musst halt ein Default festlegen. Aber ich nehme an, wenn das für ein Unternehmen ist, für eine Firma ist, dann wird es vielleicht sogar auch Firmen-Notebooks geben oder zumindest eine Ansage, was für Geräte verwendet werden. Und die Hoffnung wäre jetzt, dass nicht einen benutzen, welche, wo die Webcam nicht oben am Display ist, sondern ganz unten vor der Tastatur ist. Dann hast du einen anderen Blickwinkel. Wenn das immer ungefähr so gleich ist. Und es geht ja nur darum, wir haben zum Beispiel einen Raum bei uns mit einer Webcam, da ist so ein riesengroßer 4K-Monitor an der Wand. So ein riesen Ding. Ich weiß gar nicht, was der für ein Durchmesser hat. Zwei Meter und oder so. Und da ist auch eine Webcam oben drauf geklippt. Die schaut natürlich immer von sehr weit oben in den Raum hinein und zeigt die Leute. Wenn man jetzt da den Hintergrund tauschen wollte, dann muss man natürlich ein Bild aus dieser Höhe machen, weil von da eben die Leute gezeigt werden. Also das muss man halt berücksichtigen. Aber das ist, glaube ich, nicht der Anwendungsfall. Was ich tun würde, ist versuch doch mal rauszufinden, ob es so was wie ein Standard-Laptop gibt und stell den einfach mal an diese Stellen hin und mach mal ein Bild durch die Webcam. Und dann hast du nämlich relativ schnell auch raus, wie groß der Bildwinkel sein muss. Also wie weit du rein- oder rauszoomen musst, damit du das ungefähr abbilden kannst. Weil es sieht halt sehr unrealistisch aus, wenn die Leute dann ja von einem Weitwinkel eher sitzen. Die meisten Webcams sind ja sehr weitwinklig. Und wenn du da mit einem Tele irgendwie ganz toll mit Freistellung irgendwie den Hintergrund gemacht hast, das passt halt nicht so richtig. Freistellung ist aber ein Thema. Weil wenn du zum Beispiel die Hintergründe austauscht und du willst halt eine größere Blendenöffnung vortäuschen, die Webcam macht ja quasi gar keine Freistellung nach hinten, da ist ja alles scharf. Du könntest jetzt aber sagen, die Person, die dann da ist, ist halt scharf durch die Webcam. Du machst deine Fotos aber eben nicht scharf, sondern machst sie etwas unscharf. Du fokussierst dahin, wo die Person sitzen würde. Ja, ganz genau. Also einen manuellen Fokus machen, wo die Person sitzt und dann den Hintergrund in Unschärfe, so wie bei mir hier hinten. Und hier wäre es jetzt zum Beispiel egal, ob ich jetzt mit einer Webcam gefilmt bin und dass da hinten ein Fake-Hintergrund ist, der in der Unschärfe liegt. Es sieht dann aus wie mit einem großen Objektiv gemacht, das Ganze. Bis sich einer beschwert und sagt, das ist ja alles gar nicht scharf. Man sieht ja gar nicht unser Gebäude im Hintergrund. Das Logo ist ja gar nichts. Also hier die Unschärfe hinten, ja, ich habe auch so ein bisschen davon. Ein bisschen weitwinkliger bin ich unterwegs. Ja, ganz genau. Ja. Ja, aber das ist schon eine spannende Frage. So finde ich. Von der BBC gibt es zum Beispiel kostenlos Hintergründe mit bekannten Filmsets von irgendwelchen Comedy-Serien oder hier, wie heißen die? Irgendwelche Weltraum-Geschichten und so. Ja, ja. Genau, TARDIS gibt es auch, ganz genau. Ja, das ist ja das Spannende, weil die haben natürlich die Sets und die werden natürlich dokumentiert. Also die haben Fotos von ihren Sets. Genau, da muss man es halt umgekehrt machen. Da muss man dann das Notebook mit der Webcam so hinstellen, dass es zum Hintergrund passt. Sonst sieht das auch schnell komisch aus. Also jetzt wird hier gerade angezweifelt im Slack, ob das Bücherregal hinten überhaupt echt sei. Ja, das ist alles gefakt. Ich kann aber beweisen, dass ich einen sehr aufwendig gemachten Fake-Hintergrund habe. Und zwar habe ich das gekoppelt mit dem Autofokus der Kamera. Der wird live gerendert. Das ist eine Unreal Engine. Wenn ich jetzt hier rausgehe. Dann passiert gar nichts. Dann passiert gar nichts. Warum? Das bleibt unklar. Ah, da hat der Mikrofon gefunden. Ist das Rendering kaputt? Ah, ja. Siehst du? Ja, an den Rändern, Rändern, ne? Das ist halt so. Ja, das ist richtig Hightech hier. Das ist ganz großes Kino hier. Apropos ganz großes Kino. Lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Und zwar haben wir Termine. Der Terminkalender. Ja, und zwar hat uns der Wolfgang einen Termin reingeworfen. Und zwar ist das in der Burg Falkenstein im Selketal im Harz. Eine Fotoausstellung vom 16.8. bis zum 1.11. Sonne, Mond und Denkmal. Im neu restaurierten, bisher nicht zugänglichen Ausstellungsräumen der Burg Falkenstein sagt Wolfram Schmidt aus Maisdorf in seiner Fotoausstellung Sonne, Mond und Denkmal. Zahlreiche Fotos aus dem Harz und dem Umland zu sehen sind Fotos von bekannten Kultur und Naturdenkmälern zum Zeitpunkt des Auf- und Untergangs von Sonne oder Mond sowie zur Blauen Stunde. Und dann haben wir noch anonym einen Termin reinbekommen. Und zwar ist das ein Termin in Worpswede bei Bremen vom 18.7. bis zum 1.11. RAW 2020 Fototrianale, Worpswede, Ausstellung, Festival, Online-Veranstaltung. Ja, Fotofestival. Das dürfte auch eher so eine Ausstellung sein, nehme ich an. Also diese zwei Termine findet ihr jetzt dann im Terminkalender von Happyshooting auf happyshooting.de slash Terminkalender. Da haben wir nochmal eingeblendet, happyshooting.de slash Terminkalender. Und da könnt ihr Termine finden und auch einreichen und wir freuen uns drüber und packen die dann auch gerne in die Sendung. Wunderbar. Ja, ja. Ja, Jochen, ich sitze leider nicht in meiner TARDIS. Die hat nämlich leider einen Notfall erkannt. Ist einfach weg. Wie, du hast keine TARDIS. Ja, ich habe schon, aber sie ist halt unterwegs. Ach so. Irgendwann kommt sie wieder. Nun gut. Wir haben eine Gewinnerin zu ermitteln. Jawohl. Ich mache mal den Link auf. Genau. Neue Aufgabe läuft. Wir wollen den Gewinner oder die Gewinnerin der Kugelaufgabe ermitteln. Und da haben wir. Ich mache mal. Das ist der falsche Link. Na toll. Hat unser Dingensbums hier die Links verlinkt. Was hast du gemacht? Hast du es kaputt gemacht? Ich habe auf den zweiten Link gedrückt und der erste Link geht auf, aber... Dann machst du ein Copy-Paste. Ja, das ist Workflow. Er hat zur Zeit eine seltsame Link-Erzeugungsalgorithmen. Jetzt hast du ihn rausgenommen, den Link. Jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Boris, du hast mir meinen Link geklaut. Ja, ich habe ihn ja schon wieder reingetan. Er ist noch nicht da. Alter, ich ruf die Seite einfach von Hand auf. Ich refresh hier nochmal. Unser Workflow ist im Arsch, aber das macht nichts. Ich ruf das einfach so auf. Wir haben 28 Teilnehmer. Möchtest du den Link auch haben? Ich mache jetzt hier mal so die Kugelbilder so ein bisschen auf Flicker auf. Mal gucken, was hier alles schön gedingst ist. Nö, nö, ich habe es schon längst offen. Schneller als du. Dann wollen wir mal. Huch. Sehr viele kugelige Dinge. Sehr kugelig alles, ja. Auch Kugelpanoramen vor allen Dingen relativ viele. Das ist schön. So, 27 Stück dürfen wir maximal, also bis zur Nummer 27 dürfen wir. Insgesamt 28 Teilnehmer. Einer disqualifiziert, weil Datum aus dem Range fällt. Da können wir vielleicht noch ganz kurz die Regeln erklären. Mach doch nochmal kurz. Ja, die Regel, wir geben ja einen Zeitraum vor, von bis Datum und in diesem Zeitraum muss das Bild gemacht sein und dieses Tool wertet eben dieses Datum raus. Ich kann nicht genau sagen, wie das technisch rausgeholt wird. Ich glaube, es kommt aus den Exif-Daten. Tut uns halt einen Gefallen und vor allen Dingen euch. Betrügt euch da nicht. Bastelt da nicht dran rum. Sucht nichts irgendwie aus eurem Fundus heraus oder ähnliches, sondern nutzt halt diese zwei Wochen, die ihr habt. Und in diesem Zeitraum macht ihr halt das neue Bild, weil es geht darum, fokussiert mal sich mit einer Aufgabe zu befassen und eine Lösung zu finden. Das ist ein gutes Training. Das ist einfach eine gute Übung. Die macht uns allen Spaß und euch hilft sie. Das verspreche ich euch einfach mal so. Das hilft. Und halt irgendwo in einen Fundus reingucken oder so. Klappt halt nicht. Und ja, an der Aufgabe teilnehmen, wenn die nächste schon läuft. Das geht halt auch nicht, weil irgendwann müssen wir einen Cut machen. Weil es ist nicht sichergestellt, dass wir immer genau eine Woche später den Gewinner ermitteln. Vielleicht müssen wir ja mal ein bisschen vorher aufnehmen und so weiter. Und das wäre dann ja fies. Und wir haben bei den Aufgaben immer ein Anfang und ein Ende Datum. Und davor gilt nicht und danach auch nicht. Ihr könntet das natürlich, falls es aus den Exif-Daten kommt, irgendwie da reinfaken. Aber da lügt ihr euch dann eigentlich nur selbst in die Tasche. Macht das nicht. So, also 27. Ja, ich fange mal an. Ich habe 36. Das ist zu hoch. Ja. Ich habe die 10. Das ist ein Treffer. Die 10 ist das Bild. Moment, finde ich das jetzt hier auf dem anderen Ding auch? Sachse. Ja, ja. Das dürfte das hier sein. Jawohl. Bagger von Stefan Sachse. Dachte ich gerade, warum Bagger? Aber jetzt sehe ich es. Naja, es ist halt ein Bild. Ich muss da mal kurz gucken. Ja, das ist ein Bild von einem Bagger, aber in einer Kugel gespiegelt. Und diese Kugel ist so eine glänzende, hochglänzende Kugel. Das Ganze, ja, ich finde es okay, so vom Fokus her und so weiter. Dann habe ich geguckt und es ist ein iPhone 11. Das heißt, da ist wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen mit dem Fokus so Panorama, nee, wie heißt das, Portrait-Modus oder so drin. Aber das wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich nicht gewusst hätte, was das für ein Objektiv ist. Und, ja, ich überlege gerade, ob man da den Bagger noch ein bisschen irgendwie prominenter hätte reinkriegen können. Weil, was eigentlich auch sehr prominent ist, ist er selber, beziehungsweise die Kamera. Ja, das ist natürlich das Problem, ne? Wenn du bei so einer spiegelnden Kugelfläche nah rangehst, das ist halt wie ein Fischauge, ne? Ja. Schon schön verzerrt. Was ich interessant finde, ist, wie die Spiegelung aussieht, weil die sieht nämlich so getupft aus. Weißt du? Das sieht so aus, als ob die Oberfläche der Kugel gar nicht glatt wäre, sondern als ob die lauter kleine Wölbung hätte. Das liegt aber, glaube ich, tatsächlich an der Wolkenformation und an dem unruhigen Untergrund, also an diesem fleckigen Untergrund. Sind da Wassertropfen drauf auf der Kugel? Es könnten auch Wassertropfen, also vorne sind irgendwelche Tropfen drauf, ja. Ist das schon, was den Eindruck macht? Weil es sieht so gemalt aus, weißt du? Ja, ja, ja. Das kann natürlich tatsächlich daran liegen, dass es sehr unruhiges Material ist, ne? Der Stein im Vordergrund wirkt sehr unruhig. Oder das wirkt nicht unruhig, sondern er wirkt halt so, als ob die Kugel eine Oberfläche hätte, die nicht glatt ist. Ja, ist halt sehr texturiert an der Stelle, ne? Aber die Frage ist, wie groß ist die Kugel? Vielleicht ist das ja wirklich eine kleine Murmel. Und die ist halt einfach nicht so präzise gemacht. Ja. Das kann gut sein, dass das wirklich ganz klein ist. Das könnte ich mir sogar fast vorstellen. Was haben wir denn da? Wir haben ein iPhone 11. Wir haben einen... Aber ein Murmel ist das nicht. Das wird schon so 5 cm. Blender 1,8, 4,2 mm, Brennweite, Show Exif. Ich versuche gerade mal, die Fokusdistanz hinzubekommen hier. Offset Metering Mode. Sagt der das? Ach, Stefan, der das gemacht hat, ist sogar im Slack. Stefan, erzähl mal, wie groß die Kugel war. Eine kleine Edelstahlkugel, die er im Urlaub in der Tasche hatte. Siehst du, das ist eine kleine Edelstahlkugel. Also ich hätte gesagt, 5 cm. Nicht mal, nein. Die ist 2, 3 cm groß maximal. Stefan kann uns das gleich erzählen. Der sagt, du hast auf jeden Fall gewonnen, Stefan. Ja, genau. Und das erklärt auf jeden Fall, dass die Oberfläche so ein bisschen rubbelig aussieht. Stefan, du schickst mal deine Adresse bitte an chris.happyshooting.de und schreibst da rein Gewinnerkugel und schreib auch bitte noch Pixel Pocket Rocket dazu. Das haben wir gar nicht gesagt. Ach, du hast nämlich einen Pixel Pocket Rocket gewonnen von Enjoy Your Camera. Genau. 2 cm. Chris, du hast recht gehabt. Okay. Wichtigst, jawohl. Muss man dann eben ja auch mal sagen. Kenn doch meine Wahrnehmung. Also, das ist doch schon mal sehr schön, meine Wahrnehmung. So, so. Ja, ansonsten haben wir relativ viele so Little Planets bekommen. Das hier, zum Beispiel. Hier ist eine neue Gaskugel. Ja, das ist natürlich stark. Eine andere Kugel. Da ist wieder so ein Little Planet-artiges Bild. Hier ist wieder eins. Das hier ist, ah, die Kugel von einem Kuli. Das ist ja mal ein Makro, was es in sich hat. Das habe ich auf dem, auf dem Thumbnail. Das hatte ich auch gerade rausgesucht von Biker Marius. Genau. Also, das ist, äh, das ist schon. Das finde ich sehr, sehr interessant. Weil ich, ja, es sieht aus wie ein Auge. Ich finde den Fokuspunkt exzellent. Ich finde die Unschärfe exzellent. Weil wir sehen halt diesen Kugelschreiber mit einem sehr scharfen, ja, mit einer sehr scharfen Kugel eben, der Spitze, mit so einer bläulich verschmierten Spitze. Das ist ein Fokus-Statting aus acht Bildern. Ja, dann wird es sehr schnell, äh, geht es in die Unschärfe, aber eben nicht so sehr, dass man nicht mehr den Kontext erkennen würde. Und schön ist es auch, dass der Kugelschreiber offenbar wieder ein Blau, äh, an dem unteren Teil wiederholt, den man dann so nach rechts unten ausfaden sieht. Und witzig finde ich auch, das wird aber in der Bildbearbeitung drübergelegt haben, ähm, so eine Handschrift, die so ganz sanft über allem drüber liegt. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Kontext. Wobei die ja nicht so schlüssig ist, von der Schärfe-Ebene. Nee, deswegen sage ich, die liegt oben drüber mit Sicherheit. Die ist drüber gerendert. Ja, oder es ist halt, wie gesagt, acht, acht, acht Fokus-Bilder gestackt. Vielleicht ist das tatsächlich irgendwie damit reingestellt. Er weiß. Ja. Ja, aber das gefällt mir sehr gut, weil das sehr abstrakt ist. Ich grabe auch noch so ein bisschen durch ein paar andere Bilder durch. Und, äh, ja, auf den Kopf getroffen. Sehr cooles Teil. Ah, die Eiskugel. Ja, viele Glaskugeln natürlich dabei, ne? Eiskugeln sind auch wichtig. Huch. Aber toll finde ich das, äh, auch wie viele Little Planets dabei sind. Das, äh, scheint tatsächlich eine naheliegende Idee gewesen zu sein. Ja, Eiskugel ist natürlich cool. Stracciadella. Disco-Kugel. Wer hat da seine Plauze fotografiert? Das auch noch im Spiegel. Manuel, das ist mutig. Sehr schön. Das ist auch eine Kugel. Hier haben wir Stahlkugeln. Dann gibt's so magnetische Stahlkugeln als, äh, Ständer für eine Glaskugel. Das hier für Goldfokus, ja. Da ist, hinter der Kugel ist entsprechend buntes Licht und, das macht ein interessantes Bokeh. Ja, ähm, schöne Sachen habt ihr da reingehauen. Wir freuen uns. Ach, sehr schön natürlich auch der Komet, ne? Neo-Weiß ist natürlich auch eine schöne Schneekugel, die irgendwo da durchs Weltall schwirrt. Die übrigens tatsächlich nur einen Durchmesser von etwa fünf Kilometern hat. Das ist ein winziger Schneeball. Und der Schweif ist Millionen von Kilometern lang. Das ist, äh, es bläst mir das Hirn weg, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Also, klasse Zeug. Wir sagen danke, dass ihr mitgemacht habt. Ähm, stark. Stark, stark, stark. Absolut. Also, Mail an mich, gewinner-mail-an-mich-christ.hp-shooting.de Ja, da sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen und sagen natürlich auch hier wieder Dankeschön fürs Mitmachen und, äh, fürs Helfen. Und, ähm, Markus, danke fürs Bot-Neustarten. Unser Titel-Bot hat heute mal wieder gestreikt. Ja, ab und zu mal braucht er einfach so einen kräftigen Tritt und dann funktioniert das schon. Oh, so einen kumpeligen Tritt vors Schienenbein, so ein bisschen Motivationstraining. Es hat Software, du weißt, wie das ist mit Software. Genau. Software ist nicht deterministisch. Nicht und nie. Lieber Bot, wäre doch schade, wenn deinem Code was zustößt. Ja. Lauf doch einfach. Korrekt. Sehr schön. Hat alles geklappt. Toll. Macht Spaß hier mit euch im Slack-Parallel. Macht Spaß mit euren Kommentaren auf happyshooting.de, wenn ihr Ergänzungen habt oder Fragen habt, gerne da rein, gerne bei Twitter mit HS-Frage twittern oder kommt einfach hier zu uns in den Slack in den Dienstag-18 Uhr-Kanal oder in den HS-Fragen-Kanal. Genau. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, Chris, haben wir es für heute. Dankeschön. Und, äh, bis dann. Drei? Drei. Zwo. Eins. Eins. Happy Shooting. Happy Shooting. Geh weg. Geh weg. Zählen für Anfänger. Zählen für Anfänger. Ich hätte, ich hätte gerne mal kurz ein, ein Zähl, ein Zählbild für die Dingens. Warte mal so, warte mal, dann mache ich das mit der anderen Hand und da außen so, da. Achtung. Ne, Moment, so. Ist gut. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020